Ah, gerne, Andi, gerne. Vielleicht hast du es ja geschafft, einen Bollard neu zu lernen. Ich bin auf jeden Fall verwirrt, weil wir heute diverse Bollards hatten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich möchte kurz mal gucken. Das ist so schwierig, Mann. Wo ist das nochmal? Hier? Hier, Inhalte da. Oh, das habe ich so oft, dass Sachen einfach nicht weiter hochgeladen werden. Hier, 1%, 3%, die stehen da schon seit 3 Stunden, gefühlt so. Da muss man den Upload immer nochmal neu anstoßen. Das dauert teilweise so lange. Das mache ich dann jetzt schnell mal. So, ich habe auf jeden Fall die zwei Tage, die ich jetzt nicht streamen werde, einiges zu tun. Ich habe viele Videos zu schneiden und hochzuladen. Und wir haben der neue YouTube-Kanal. Da muss ich noch viel für machen. Ich habe mir eben auch noch den runden Schweizer eingefügt. Sehr gut. Serbien sitzt, das freut mich. Serbien verwirrt mich mit kyrillischen und lateinischen Buchstaben. Aber es kann auch helfen. Es gibt nicht so viele Länder, die beides haben. Eigentlich fallen mir da nur Serbien und Bulgarien für ein. Und, ähm, Montenegro manchmal auch, weil da viel mit Touristen ist. Nee, abwarten hilft da nicht so. Ah, entweder oder. Ja, das ist dann schwierig. Nee, ah, abwarten bringt da nichts. So, die würden morgen immer noch bei denselben Prozenten sein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal ist das so. Ja, dann mache ich das kurz. Beziehungsweise vorher erinnern wir auch schon mal die Kategorie und den Titel. Neuer gemoddeter Run. Wir testen viele Mods. Unter anderem Bookmarks Plus. Aber ich würde so gerne, es gibt so viele Sachen, die ich gerne in den Titel unterbringen würde. Aber der wird zu lang werden. Ich hätte gerne drin, dass es ein neuer Run ist, dass der gemoddet ist, dass wir mit einem neuen Startdatum spielen und dass wir Bookmarks Plus nutzen. Das kriegt man nicht alles unter. Neuer Mod-Run. Neuer Mod-Run. Wir testen. Unter anderem Bookmarks Plus. Wir testen. Und viele andere. Wir testen. Und viele andere. Titel, den ich je hatte. Na gut, was soll's. True Side of Kings 3. Gemoddet in Tags. Tags benutze ich nie. Da habe ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt. Hatte mal auf HD-Verarbeitung ein paar Tage warten müssen. Ah, ich bin ja... Also ich weiß ja, wie lange das normalerweise dauert. Und dass das ein paar Stunden bei 1-3% steht. Nee, für so ein 2-3 Stunden Video oder so teilweise. Das ist nicht normal. Und wenn ich den Upload jetzt noch mal neu anschubse, dann wird das auf einmal wieder viel schneller hochticken. Das hatte ich schon ein paar Mal. Vielleicht sollte ich mich wirklich irgendwann mal mit Tags befassen. Naja. Die Tags, das ist quasi für Besuchanfragen einfach, ne? Dass wenn jemand in der Suchleiste irgendwie Rosetta Kings gemoddet eingibt, dass der dann bei mir landet? Hoffen wir auch mal, dass es keine neue Version gibt. Wir müssen sowieso erst mal... Das ist unsere Game of Gods, äh, Beta. Ja, von der müssen wir auch runter. Auf die. Gut, das installiert. Kurz. Ich, äh, schmeiß die Downloads weiter an. Man landet eh nicht bei dir. Recht. Ich gehöre immer zu den größten Rosetta Kings Streamern, wenn ich spiele. Ciao, Wala. Recht. Recht, recht. So. Ich schmeiß mal an. Und bin gleich zurück. Ah, ne, warte. Wir müssen... Ähm, wir müssen erst noch hier Playsets. Initial Playset. Einer, warum ist hier alles deaktiviert? Willst du mich verarschen? Standard 1. Genau. Nur mit Lanzenotter als Tag landet man bei dir. Ah, ich glaube ja nicht. Juckt auch keinen, denke ich. Ja, glaube ich nämlich auch. Also ich persönlich achte zum Beispiel nie auf die Tags. So, ich sage euch schon mal, was wir, was wir alles für Mods drin haben werden, neu. Unit Packs Expanded. Für neue, ähm, für neues Kriegsvolk. Succession Expanded. Das baut quasi Erbfolge mit so Events weiter aus. More Bookmarks Plus. Für neue Startdaten. Äh, Great Empire Wars Mechanik. Für riesige... Äh, ich fange oben an. Great Empire Wars, das dauert länger zu erklären. Äh, die sorgt dafür, dass, ähm, Ablassbriefe automatisch angenommen werden. Wholescreen Barbershop ist einfach, äh, dann ist das, wo man sich, äh, umziehen kann, sieht besser aus. Historical Figure zeigt einfach, dass bei echten, wichtigen, historischen Charakteren, da ist so ein kleines Symbol dran, das zeigt, dass die halt echte, wichtige Charaktere waren. Das Römische Reich in Rot. Mehr Klamotten und Rüstungen. 99 neue, coole Ladescreens. Da könnt ihr euch freuen. Ich finde die alle sehr geil. Äh, mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Kampagne. Äh, mehr und neue Events. Hier, damit man die auch auf Deutsch hat. Ritter, die schon in mehreren erfolgreichen, äh, Schlachten gekämpft haben, werden Veteranen und kriegen einen Bonus. Das baut Hochzeiten aus, für, äh, mit Extra-Events, damit das größer und cooler wird. Und jetzt Border Dispute Mechanic ist ein neuer Kriegsgrund für quasi, äh, Grenzgebiete, wo nicht nur der Herrscher, sondern auch die Vasallen, die von dem Grenzkrieg betroffen sind, mit reingehen. Ein, moin Simon. Jo, tschau, war da, bis dann. Boah, was war ich mit meinen Haaren los? Und Great Empire Wars Mechanic. Das ist ein großes Ding. Das ist ein Kriegsgrund. Da brauchst du maximales Prestige für. Und, äh, auch super, also den höchsten Prestigereich, also sagenumwoben, kostet irgendwie 10.000 Prestige oder so. Und den kann man nur als Kaiserreich gegen ein anderes Kaiserreich, äh, erklären. Und da kämpfen dann nicht nur die Kaiser gegeneinander, sondern auch alle Vasallen. Das heißt, das sind riesige Kriege mit unfassbar vielen, äh, Einheiten. Und am Ende erobert man nichts, sondern das Kaiserreich, das verliert. Äh, zersplittert in alle Grabschaften. Überall wird auf Stammestechnologie zurückgestuft. Und überall gibt's dann, äh, neue Sekten und Religionen. Also man vernicht, man bombt die quasi zurück in die Steinzeit fast. Eine richtig krasse Mod. Konnte man noch nie nutzen. Vielleicht ja dieses Mal. So, das sind die Mods. Und wir starten das Spiel. Ich schub's jetzt die, äh, Downloads an, während ihr die neuen Ladescreens genießt. Gleich bin ich wieder da. Ui. Und wir starten das Spiel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, liebe Freunde Ich hoffe, ihr hattet schöne Ladescreens. Wir machen ein neues Spiel. Oh, ich war wieder dumm, oder? Oh, das ist so nervig. Und das vergesse ich immer wieder, denn in dem Launcher reicht es nicht, das hier auszuwählen. Du musst hier noch mal auf die drei Punkte gehen und sagen, playset aktivieren. Na gut. Dann kriege ich die schönen Ladescreens wenigstens auch noch mal zu sehen. Wo wundern wir, wo wundern wir die ein bisschen. Na, geht's dann mal los? Oh, Wikinger bei Konstantinopel, schön. Oh, das sieht doch noch was aus. Oh. Ja, ist unintuitiv einfach. Man denkt, ja, ich hab's ja ausgewählt und angeklickt, dass man nochmal extra aktivieren muss. Das ist mir auch schon bei Game of Gods dann zweimal passiert, dass ich dachte, ich hätte ein Spiel deaktiviert, äh, die Mods. Aber dann war das gar nicht so. Ja, warum auch was einfach machen. So sieht's aus. So, kriegen wir noch einen zweiten Ladescreen. Sieht ja fast nicht so aus. Muss wahrscheinlich ein bisschen länger warten, äh, laden. Wegen den ganzen Mods könnte ich mir vorstellen. Da ist die Musik. Neues Spiel. Und wir holen uns den frühesten aller, äh, aller Startdaten. Siebenhundertneunundsechzig. Nochmal hundert Jahre. Fast. Äh, vor dem, äh, Vanilla-Früsten-Startdatum. Wir befinden uns vor dem, äh, vor der größten Ausdehnung von Karl den Großen. Hier ist er. Und wir werden spielen. Als Herzog-Vido-Kind. Unsere Aufgabe wird sein. Erdogan würde sich über den Screen freuen. Aber wir spielen als Herzog-Vido-Kind. Dem größten Widersacher von Karl den Großen. Unsere Mission wird es sein. Den Katholizismus. Äh, quasi. In seiner Keimphase zu ersticken. Karl der Große hat den Katholizismus über Europa verbreitet. Oh, hier ist er. Reiterhorde. Und wir werden eine alternative Zeitlinie aufmachen. In der wir das verhindern. Wir werden versuchen, Karl den Großen zu besiegen. Vielleicht werden wir ein bisschen die, äh, heidnischen Stämmeverein. So. Und dann werden wir... Äh, es braucht ein bisschen... Viele, danke für den Sub. Moin. Sechs Monate Trips, halbes Jahr, CK3-Content. Großes Pläne und am Ende gewinnt das Spiel Lachender Smiley. Lachender Smiley. Ja, sechs Monate viel. Du sagst es. Ein halbes Jahr. Also, die Bayern... Oh, die Bayern sind schon katholisch. Na, hoppala. Also, wir werden... Vor allem Westfranken besiegen müssen. Und Mittelfranken. Ja, er ist Karl der Große. Westfranken. Bayern. Und die Lombardei. Und dann sind wir beim Papst. Aktuell Papst Stephanus II. Hier in Spanien. Die sind auch katholisch. Aber da werden uns vielleicht die Moslems die Arbeit abnehmen. Oha. Moment, was? Ach ja, hier, die alle. Die Katholiken, die sind schon krass. Aber noch nicht so krass. Wir haben germanische Stämme im Norden. Hier sind die Sachsen. Ja. Toil gesehen. Alt-Sächsisch. Alt-Fränkisch. Alt-Niederländisch. E-Medinger. Das ist unser Haus. Regierung. Ja. Stamm ist noch... ...überwiegend. wir sind auf jeden Fall nicht unterentwickelt, das kann man schon mal sagen Hochsprachen Anglisch Germania Sachsen das Königreich von Sachsen das werden wir haben wollen und so viel fehlt uns nicht vor allem müssen wir kein den Großen was wegnehmen da seien die Charaktere anders aus hier wir wollen auch schon so aussehen und der soll auch so heißen so machen wir das und wir sagen statt ach nices Bild einfach hallo du Mensch mit der ansteckenden Lache ja Simon auf jeden Fall du hast die du hast die Truppe bei Gus Gus Dug echt richtig unterhalten mit deiner Lache hast ne Menge Spaß gehabt und Spaß gemacht so sieht's aus wo das wohl noch so ist so Hochzeitsvorbereitung da haben wir direkt diese Hochzeitsgeschichte oder was als Veranstalter der Hochzeit obliegt es mir die Hochzeitsvorbereitung zu beaufsichtigen ein solches Ereignis ist ein gewaltiges Unterfangen und die Entscheidung die ich jetzt treffe könnten sich auf meinen Ruf meine Beziehung zur Familie meines Ehepartners und was vielleicht am wichtigsten ist auf meine Beziehung zur Prinzessin Helene von Sachsen auswirken das ist unsere Ehefrau bald und hier ein neues Symbol für Kampfgeschick sie ist zornig aber auch zufrieden und hinterlistig am Hof von Hannover ist sie alles klar dann an die Arbeit ihr werdet eine Hochzeitsaktivität organisieren dies gibt euch die Möglichkeit eure Beziehung zu eurem Ehepartner und dessen Familie zu bestimmen kann aber auch kostspielig sein aber wir haben nur 50 Gold eure Entscheidung beeinflusst die folgenden Faktoren Hochzeitsbudget die Menge an Gold die ihr am Ende der Aktivität bezahlen müsst oder von euren Untertanen erpressen könnt Hochzeitsqualität eine großartige Hochzeit bringt euch Prestige und den Respekt der Familie eures Ehepartners ein aber ob euer Ehepartner dies zu schätzen weiß hängt von seiner Persönlichkeit ab Ehepartner-Kompatibilität beeinflusst die spätere Beziehung die ihr mit eurem Ehepartner eingehen werdet die Wahl von Entscheidungen die die Ehepartner-Kompatibilität erhöhen kann zu einer positiven Beziehung führen während eine niedrigere Kompatibilität die Meinung eures Ehepartners die Meinung eures Ehepartners über euch erheblich verschlechtern kann wer ist sie eigentlich sie ist landlos wir kriegen nicht mal ein Bündnis mit ihr also ihre Familie ist uns eigentlich egal und sie bringt schon zwei Kinder mit in die Ehe na ach ne wir haben schon zwei Kinder obwohl wir noch nicht verheiratet sind was ist da denn los wenn das der Papst hört wir können Konkubinen nehmen auch na gut an die Arbeit so sagst es viele an die Arbeit also bin ich ja beruhigt ich will ja nicht mit den ja mich nicht in den Vordergrund drängen aber ich wurde vermisst wenn ich gleich tot war ja Simon also du warst auf jeden Fall ein Highlight der Runde mache ich da gerne immer wieder mit so dann ist die fettes Tibet auf jeden Fall die Abasids sind ganz schön dick den Katholiken in Spanien den geht es nicht so gut alles sehr zersplittert und fragmentiert hier naja dann checken wir mal durch wir können Hof halten einen Arzt suchen Nachfolger nominieren ach wir haben jetzt noch eine Sachsenwahl da müssen wir dann mal gucken und wir haben keinen Lebenswandel ausgewählt Hamburg an jemanden verleihen weil es ein Tempel ist darf ich die nicht selbst halten oder was Kriege können wir erklären nicht doch hier gegen Karl den Großen König Karl von Franzien der ist aber ja mehr als doppelt so stark wie wir da müssen wir uns ein paar Bündnisse bemühen auf jeden Fall am besten mit den Wikingern wir müssen verschiedene Arten von Heiden Heiden von Paganisten vereinen gegen den gemeinsamen katholischen Feind denn ich habe eine Vision gehabt ich war in der Hütte der Schamanen und hab da von den Pilzen genascht die sie mir gereicht hat und da erhielt ich eine Vision aus der Zukunft Katholiken überall die Inseln völlig katholisch ganz Europa bis hinters Baltikum katholisch Spanien wieder katholisch und sogar die stolzen Wikinger im Norden katholisch das ist die Vision aus der Zukunft die mir zugetragen wurde und es ist meine Pflicht als Herzog Widokind dies zu verhindern es wird keine Kreuzzüge geben keine Hexenverbrennung das ist unsere Mission wir machen die Zukunft zu einer besseren ja das ist immer ein Unterschied mit Leuten wenn der Skillunterschied so groß ist bei Gus Gus Tak und Immongas aber wir können gerne mal wieder Vanillamongas spielen auf jeden Fall das ist dann auch eher was für Simon wahrscheinlich auch wenn es da keine lustigen Stimmen gibt so weiter hier wie viele Herzogtümer habe ich ach ich bin schon ich habe einen Königstitel oh der König vom Fürstentum von Sachsen und ich habe kein einziges Herzogtum das heißt wir könnten hier wenn wir die Kohle haben durchaus Sachsen Lauenberg und oh Westfalen ja bitte die möchte ich gründen oh Konkubin aber es gibt keine Erbteilung wir haben Wahlen das heißt ich kann eigentlich so viele Kinder haben wie ich will da kann ich mir doch ruhig zwei 16-jährige Konkubinen gönnen oder was die haben zwar keine guten Stats keine Persönlichkeitseigenschaften aber egal so ist das hier bei uns zack zack ihr könnt Altfried Immerdinger einen Vorwurm und zum weisen das ist mein womöglich Erbe und den würde ich glaube ich hoppala nein was ist das hier denn ist das Symbol neu keine Ahnung ah den würde ich mal selbst ausbilden einfach für ein paar mehr Events Hofarzt kümmern wir uns gleich drum und die laufenden Wahlen wenige Ritter ja das müssen wir uns mal angucken hier Skandinavier Wahl Vasallen schwören Titeltreue plus 5 Meinung der Herrscher der Herrscher und alle der Jure Vasallen außer Baron können einen Titelerben aus dem aus der erweiterten Verwandtschaft des Herrschers sowie allen verfügbaren Anspruchsteller nominieren also nicht einfach irgendein Typ der keinen Anspruch hat wie es zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich war das heißt es ist auf jeden Fall jemand aus meiner Familie oder jemand der irgendeinen Anspruch hat okay die Stimmkraft bei diesem Nachfolgerrecht wird von der Entwicklung der gesamten Demense des Domäne ist das des Kurfürsten und der Volksmeinung des Hauptsitzes bestimmt Kurfürsten das bin ich das ist Oberhäuptling Lothar von Angria ach Angria gibt es also schon Oberhäuptling Bruno von Ostfalen und Häuptling Unwahn von Münster aus meiner Version der Zukunft weiß ich dass Münster ein Hort des katholischen der katholischen Theokratie wird also Unwahn es geht auch um das was deine Erben einmal besitzen oder nicht wir dürfen uns nichts vormachen Karl der Große ist ein verdammt harter Gegner vor allem wenn der sich Mittelfranken auch noch holt der hat da 100 pro Anspruch drauf macht schon ein bisschen nervös so die Kandidaten ist mein Sohn Adfried ich würde noch warten mal gucken wie viele Kinder wir noch kriegen wir sind ja erst 25 genau wie unsere Frau so dann gucken wir mal uns an paranoid unersättlich zufrieden und ein zügelloser Verschwender na super wir machen 2,5 Gold im Monat 1,3 Prestige und 2 Frömmigkeit das ist eigentlich gar nicht so verkehrt wir haben ein paar Huskale und 7 Ritter eine Konkubine zu wenig das gibt einen Manus auf Prestige meine ich ne auf Frömmigkeit nö ok wir sprechen Sächsisch wir haben natürlich noch ah ich heiratete Prinzessin Helene das ist ein neues Feature von einem der letzten Updates ne dass man jetzt diese Erinnerung von wichtigen Ereignissen hat so Lebenswandel Kriegsführung und Verwaltung Das ist schwer ich würde vielleicht auch für mehr Prestige vielleicht aber ich bin richtig schlecht ne ne dann gehen wir erstmal auf Verwaltung und bauen uns ein bisschen aus wir müssen wir sind hart unterlegen wir müssen da echt ballern Inventar ich besitze gar nichts aber was war das achso Königshof Artefakte na gut konkubinen Kinder alles gecheckt dann gucken wir uns mal unsere Religion an Merkste Simon alle lieben dich ich werde da ja eifersüchtig wenn du dich in aller herzen gelacht hast tun sie das ich habe immer so eine kritische selbst wahr nehmung ich sehe mich immer als anstrengend ich hoffe du hast recht natürlich das ist meine ja siehst du Simon Bilder Verbot ok wir können Tempel und ja schneller und günstiger bauen Bonus Prestige für unsere Nachkommen Bonus Prestige durch eine Hochzeit für lange Herrschaft gibt es ein Plus an Meinung Charaktere dieses Glaubens erhalten einen zusätzlichen Bonus auf erfolgreichen Abschluss einer Pilgerreise also wir kriegen viel Prestige und können viel Tempel und so bauen für Frömmigkeit das ist eine gute Sache eigentlich und Kriegslust eigentlich eine richtig geile Religion wir können gut Frömmigkeit und Prestige farben und viel Krieg führen aber wir könnten sogar einen großen Religionskrieg erklären wenn der Glaube organisiert ist also müssten wir vielleicht irgendwann mal reformieren wir haben mehr Tugenden als Sünden das ist auch gut Poeten Einäugige Rachsüchtig Tapfer und Zornig nämlich Nachsichtig Feige und Hinter Oh unsere Frau ist sündig als hinterlistige Person unsere Doktrin wir sind männlich dominiert wir sind pluralistisch Special Faith has Germanic Heritage Okay also unser Glaube ist germanischer Abstammung Oh Gott diese Codezeilen Okay Doctrine Parameter Hostility Override Special Faith Also wahrscheinlich mögen uns germanische Religionen das sind die hier da hier oben die mögen uns lieber Oh wir haben übrigens drei heilige Städten von fünf in unserem Reich schon oder was Warte mal Warte mal Zeig mal nochmal her hier Tatsache Nice 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 Wo waren wir im Religionsbildschirm Doctrine Doctrine MZ No Syncretism Name Meinung Glaubens Geschwister Plus Fünf Okay Das ist doch auch cool Wir können Konkubinen haben Ehescheidung erlaubt Bastarde können legitimiert werden Vettern Ehen sind erlaubt Ich bin mir nicht sicher was Das ist irgendwas wegen Monogamie Meinung Ehepartner Plus 10 auf jeden Fall Oh Viele Alles verboten Gleichgeschlechtliche Beziehung verboten Männlicher Ehebruch verboten Weiblicher Ehebruch Verboten Perversion und Texterei verboten Holy Shit Unsere Religion ist ja strenger als die Katholiken selbst Man darf keine engen Verwandten töten Und man darf nicht nackt rumlaufen Oha Klerikale Tradition Theokratisch Klerikale Funktion Rekrutierung Das ist gut Klerikale Ehen erlaubt Klerikales Geschlecht Beide Weltlich und widerruflich Das ist auch gut Aber wo ist denn hier Hier Klerikale Tradition Theokratisch Also wir werden das irgendwann mal reformieren Und dann gibt es auf jeden Fall ein paar Änderungen die ich gern vornehmen würde Aber das ist für später Das ist so richtig dieser extrem konservative germanische Glaube Ja aber echt Man sollte eigentlich meinen dass die Katholiken die Bösen sind Aber das ist so eine Situation Vielleicht sind wir die Bösen ohne es zu wissen Ich habe auch eine süße Zuckerstange rund und klein und möglicherweise schaut sie aus wie ein Wollard Dann würde ich aber zum Arzt gehen Wollard sein Lieber Das ist auf jeden Fall unsere Religion Was ist denn mit unserer Kultur Alt Sächsisch Wir haben Tink Treffen Ah die Skandinavier Wahl die haben wir schon Tapfer Gesellig Großzügig und Schwertmeister bringt mir Erfolgsmeinung und Tink Treffen das ist doch glaube ich auch so ein so ein Ding das man hier machen kann oder das bekommt man zumindest ab und zu ich glaube da gibt es ein Event mit wir sind Seefahrer das heißt wir können über Flüsse fahren Handelshafen bringt einen Bonus Schalterfähigkeit frei auf großen Flüssen zu segeln sehr gut da können wir nach Paris segeln oder so Hirten kann Huskala als Kriegsvolk rekrutieren Stark und Kerngesund sind prestigeträchtig okay lass uns mal zusehen dass wir ein paar starke Kinder kriegen und stark ist auch verbreiteter schwach und zart wird aber herabgeschaut und Kinder sind öfter rauchlustig und seltener nachdenklich Kampfgeschick plus 2 Ritter plus 1 aber wir forschen 15% langsamer und unformbare und formbare eindringlinge wir können besser Mischkulturen erschaffen glauben bekehrungskosten minus 20 das ist ganz gut denn vielleicht mischen wir uns irgendwie mit den Wikingern in irgendeiner Art oder so im Zuge unseres großen multikulturellen Bündnisses gegen den Katholizismus ja wir könnten den auch direkt mal reformieren irgendwann Innovation wir haben wir haben Unaga das ist gut mehr will ich gar nicht damit bin ich schon zufrieden Kriegsgrund brauchen wir nicht das ist bei uns religiös alles schon klar ausgebaute Stammesfeste begrenzte Lehnsautorität das wäre vielleicht nicht schlecht für den Anfang oder Dorfzentren Gebetshallen öffentliche Bauarbeiten oder mehr Kriegsvolk aber nee erstmal für mehr Gebäude sorgen die bringen uns mehr Gold und damit holen wir dann mehr Kriegsvolk und Kasernen und alles das ist unsere Reihenfolge warum ist das hier so umrandet ich bin aber schon Kulturoberhaupt oder ja nö ich möchte bitte dass wir uns um Stadtplanung kümmern hier haben wir alles geguckt genau nice Konkubin genommen Kind unterrichtet so zeig mir meinen Hof so wir können gleich Hof halten aber zunächst mal wir haben ein paar Hof Wartefakte mal unser Hausbanner oder packen wir unser Dynastie Banner dahin ist eh dasselbe da kommt hier das Hausbanner hin so das gibt noch ein bisschen Prestige und Bekanntheit Hofpracht da investieren wir noch nicht rein lass uns direkt mal Hof halten kostet uns 50 Prestige vielleicht gibt es was Gutes meine Stimmbänder freuen sich aber echt auf jetzt zwei Tage Stream Pause ohne Witz mein Vasall Oberhäuptling Lothar das war der von Angria ist gerade damit oh das ist so schön wenn man so früh im Spiel ist ne da hat man noch so wenige Vasallen dass man die alle noch wirklich kennt da baut man noch eine richtige Beziehung zu denen auch so früh ist gerade damit an der Reihe mir von vor dem versammelten Hof die Ohren voll zu machen das klingt ekliger als es wahrscheinlich gemeint ist glorreicher Lehnsherr erlaubt mir die Ehre eure königliche Majestät in Angelegenheiten der Ehre zu vertreten ich werde euch nicht enttäuschen ich nehme an diese Arbeiten müssen ja von jemandem erledigt werden äh der will was will er will er persönlicher Streiter will er von mir werden so kurze Kritik an Paradox wieso kann ich hier jetzt nicht sehen wie gut er sich als persönlicher Streiter eignet oder doch hier ne ja basiert auf Eignung aber wie gut ist die denn ist der jetzt besonders gut oder schlecht also wir kriegen auf jeden fall 0,5 mehr Prestige das klingt eigentlich schon mal ganz gut er kann unseren Platz in Duellen einnehmen ist er denn gut 18 kostet natürlich Gold und davon haben wir nicht so viel aber ich würde sagen Oberhäuptling Lothar von Angria du wirst mein persönlicher Streiter jetzt haben wir hier Erb Erb ist ein landloser Wandernder oh Gott hässlich ja man will ja nicht gemein sein aber passt vielleicht schon ganz gut die Beschreibung ein furchterregender Bauer schlendert allzu nah an euch heran er eine Wache zwischen euch tritt oh weicht er zurück und lacht durch die spärlichen Zähne mein Fürst ich komme aus Leneburg aus einer mit einer Angelegenheit von großer Wichtigkeit meine Augenbrauen krümmen sich die Schwerter des Priorin schwor was die Schwester des Priorin schwor sie könnte einen besseren Würzwein als die Frau des Bauers machen und natürlich war es ein Unentschieden dann mischten sich die Ehepartner ein was wovon erzählt er da was ihr nicht sagt bitte fahrt fort 80 Anspannung Ratsverwalter Wichimann bringt das bitte in Ordnung so Wichimann ist dann sauer weil er sich um diesen Quatsch kümmern muss Häuptling Wichimann Tio Direksunu von Altmark Ihr seid ein Narr Mein Narr Okay ich kann ihn zum Hofnarren machen aber das kostet aber wieder Geld nochmal 0,06 Nee komm wir brauchen jetzt noch keinen Hofnarren Was wie ist dieser Mann hier hereingekommen Nö ich würde sagen Wichimann mach mal deinen Job als Ratsverwalter kümmer dich darum Oh er hat ihn getötet Was was haben wir getan Was war ein Spur los Wichimann was hast du getan Du solltest dich um diesen komischen Würzwein Contest kümmern Er hat ihn einfach umgebracht Wichimann warum Wichimann Wo ist Wichimann Was hast du getan Das das wollte ich nicht Ein hager aussehender Bauer steht vor mir Mein Fürst Ich bitte um eure Hilfe Ein Ungeheuer treibt sich im Wald von Arnsberg herum und tötet Vieh und Bauern gleichermaßen Nur wenige haben es gesehen doch die verstümmelten Überreste seiner Opfer lassen keinen Zweifel Es handelt sich eindeutig um einen riesigen Wolf So blutrünstig wie nur wenige seiner Art es sind Bitte entsendet eure besten Jäger und rettet uns Das klingt nach eurem Problem Ich Ich werde diese Bestie selbst erlegen Ich bin nicht schlecht im Kampf geschickt Und das wird schon Prestige bringen Ich werde diese Bestie selbst erlegen Zack Meine Aufgabe hier ist erledigt So Da können wir mal gespannt sein Mann Wich Mann Wechsel Schill Sitten Schnell mal jemand der nervt um die Ecke bringen Ja ich glaube auch Das war alles wirklich nicht meine Absicht Leckt es Nicht wirklich ne Nö Warum werden wir hier übersprungen Ach so ja Der Thronsaal leckt immer Darum werden mir übersprungene Frames angezeigt Ja Der Thronsaal der ist Paradox Dass die sowas einfach nicht hinkriegen Was ist denn das hier See Tributary Map Tooltip Das muss irgendeine Mod Geschichte sein Keine Ahnung was das ist Apropos Mod Geschichten Hier gibt es auch noch ein paar Sachen mit denen wir uns vertraut machen müssen Found Generic Cow Metropolis Decision Wir gründen ein Stadtzentrum Found Generic Metropolis Was das mit der Kuh hier soll weiß ich nicht Convert Holding to Metropolis Decision Aber ich wünsche das wäre schon richtig ausgefüllt hier Es ist auf jeden Fall extrem teuer und hier steht nicht was es mir genau bringt Weiß ich nicht Feudal Feudal werden noch lange nicht in 500 Jahren vielleicht höchstens Blutlinie Wein Dynastie der Viren Kron Großreich nö Pontifikat vernichten das ist auf lange Sicht auf jeden Fall unser Ziel einen Arzt sollten wir uns suchen das stimmt wir könnten auch Republikan stimmt das ist mit Bookmarks Plus auch neu man kann jetzt als Theokratie und als Republik spielen das heißt theoretisch könnte man wahrscheinlich als Papst spielen das sollten wir mal ausprobieren was ist eigentlich noch aus Sombard Farm geworden bin gestern leider vom PC eingeschlafen es ist sehr gut gelaufen wir sind nach Ivy Lake und haben uns dort einen Außenposten errichtet und wir sind nicht gestorben aber haben viele viele Zombies erlöst wir können republikanisch werden die republik ist eine nicht spielbare regierungsform jetzt doch spielbar bei der gewählte bürger auf lebenszeit herrschen die regierungsform der bürger und händler ja republikanische vasallen haben statische pflichten stellt euch mal vor wir spielen als byzans und werden zur republik oder so das wäre schon geil republikanische vasallen haben statische pflichten die nicht geändert werden können und daher für verlässliche und vorhersehbare aufgebote und steuern sorgen da kann man schon viele sachen machen mit der mod das gefällt mir schon gut die joms wikinger quasi unsere ähm könnte eine gruppe frommer wikinger genau das ding ist wenn wir unseren glauben reformieren dann würden wir die verlieren können wir die dann immer noch für unseren neuen glauben machen oder wir reformieren unseren glauben einfach nicht dann werden wir aber kein glaubens oberhaupt aber da wir keine kommunion haben aber als glaubens oberhaupt könnten wir große religions kriege anführen aber da unsere religion aktuell sowieso nur in unserem reich stattfindet brauchen wir auch vielleicht gar keine großen religions kriege also wir könnten die joms wikinger vielleicht trotzdem gründen da brauchen wir auch gar nicht so viel für vielleicht machen wir das einfach eine eine streitmacht gegen die katholiken das wird schon sinn machen und für die nächsten sachen müssen wir jetzt warten bis wir unserem kampf gegen die bestie zurück sind wir könnten uns ein paar ritter einladen und wir bräuchten tatsächlich noch einen na gut kostet 150 prestige aber trotzdem so oh was alter lotha ist jetzt schon kein streiter mehr den hat seinen job wohl doch nicht gefallen erwartung bevor ich mit der planung der hochzeit zeremonie beginne sollte ich mir gedanken über den eindruck machen den wir vermitteln wollen wird es eine pompöse zur schaustellung von reichtum und prestig sein oder vielleicht ein bescheidenes beispiel für mäßigung welche art von empfang die feier erhält wird viel mit dem geschmack meines baldigen ehepartners zu tun haben aber natürlich gibt es auch dessen familie zu berücksichtigen das zum glück nicht weil unsere frau hat keine nennenswerte familie wir werden ein spektakel für die ewigkeit schaffen hochzeitsbudget nimmt stark zu hochzeits qualität nimmt stark zu lasst uns einfach versuchen die erwartung zu erfüllen eine kleine schlichte sache wäre das beste meine frau ist zufrieden darum braucht die wahrscheinlich keine große pompöse hochzeit aber wir wollen hier ein statement machen wir wollen uns als der verteidiger der alten wege gegen den katholizismus etablieren darum will ich auch wenn wir nicht viel geld haben ein spektakel für die ewigkeit yes please wer zählt als familie die hochzeit soll der zusammenschluss zweier familien sein aber wie groß familien sein können mütter und väter sind eine sache aber großeltern kinder schwestern brüder wo ziehen wir die grenze jeder neue eingeladene ist eine weitere sitzbank in der in dem tempel und ein weiteres maul das beim empfang zu stopfen ist so viele wie in der mall werden es nicht gewesen sein ja das stimmt natürlich reformiere schau doch mal du hast alle heiligen städten vor der tür drei bonis for free ja wir müssen mal gucken was sie überhaupt für einen bonus bringen was ist mit dem keltischen glauben der german den kann man doch nicht wegwerfen aber wir werfen den doch nicht weg wenn wir nicht reformieren was bringen unsere heiligen städten überhaupt lohnen die oh verwaltung pro hingabestufe okay unfruchtbarkeit natürlicher schrecken diplomatie pro hingabestufe plus eins aber muss ich denn reformieren um die davon zu profitieren ein heiliges städter gras die die heilige städte die verneinschrechenden Glaubens gehalten werden bieten allen anhängern des Glaubens ne wir müssen gar nicht reformieren damit die uns was bringt ne ne wir kriegen den bonus auch so schon oder ja hier heilige städte paderborn also wir müssen wir müssen nicht reformieren für die heiligen städten zumindest so früh nicht dann haben wir hier noch eine oh maximaler schlachtwurf plus vier kampfgeschick pro hingabe plus eins das sind schon ziemlich starke heilige städte monatliche lebenswandel plus 15 okay aber ich will eigentlich gar nicht gegen die germanen hier krieg führen eigentlich will ich die eher als verbündete haben das ist schon nicht schlecht und wir teilen die heiligen städten nicht mit anderen das ist ganz gut die haben aber eine bei uns auch okay paderborn haben wir beide okay naja wer zählt als familie eigentlich sieht es so aus als hätten wir gar keine familie die wir einladen könnten ja gut gut für uns so untergehen in in fragen mehr okay okay bei ja was haben wir eigentlich für einen gott wodan wahrscheinlich ne bei wodan äh was ist das für eine plage die diener kommen einer nach dem anderen und die fragen nehmen kein ende na mir schwirrt der kopf rote blumen oder blaue blumen kalbschnitzel oder guten käse das reicht aus um einen einzelnen menschen in den wahnsinn zu treiben meine verwirrung meine verwirrung sehend kommt tankmar auf mich zu vielleicht könntet ihr dabei etwas hilfe gebrauchen mein fürst tankmar ein gast von mir hinterlistiger sadist aber auch nachsichtig und ein pionier und ein guter kämpfer den könnte ich vielleicht sogar gebrauchen ähm an meinem hof um himmels willen äh wodin ja die hochzeitsqualität nimmt etwas zu er kriegt aber ein druckmittel na ich kann mich alleine durchschlagen kriege ich anspannung bringt aber dasselbe ich brauche eure hilfe nicht und das ist sowieso alles blödsinn ne ne ich mach das mal selber aber dich hätte ich vielleicht ganz gerne an den hof rekrutiert wenn du nicht zu teuer bist sieben ja oh aber ich bin paranoid darum darum die anspannung auch wenn ich mir helfen lasse und wir haben gerade schon 40 anspannungen bekommen ne dann vielleicht doch nicht so wir kriegen vielleicht einen hof arzt oh der ist richtig gut direkt warin und er ist wunderschön aber schönheit hilft uns nichts warin für oh unser ganzes Gold na gut na gut warin immerhin kann er auch zuhauen vorbereitung abgeschlossen oh und jetzt müssen wir die hochzeit bezahlen wo wir gerade kein geld mehr haben es geht um dein glauben und glaubenskrieg aber ich überlege ob glaubenskrieg überhaupt so wichtig ist denn glaubenskrieg sorgt ja im prinzip einfach dafür dass auch leute die meinen glauben haben aber nicht meine vasallen sind mitkämpfen aber zumindest aktuell sind ja alle die unseren glauben haben eh meine vasallen dann wird ein glaubenskrieg aktuell gar keinen unterschied machen solange nicht noch irgendwelche anderen leute konvertieren ja aber mal gucken die frage ist eigentlich nur kann ich die jums wikinger immer noch gründen äh wenn ich reformiert habe denn es wird ja ausdrücklich gesagt die die alten wege verteidigen ah ich kann auch nur vasallen zwangs bekehren kann ich die jums kann das vielleicht einer von euch ergoogeln kann man jums wikinger auch nach einer reformierung noch gründen äh vor und ich meine selbst wenn nicht können wir dann nach ähm ähm äh äh kriegerorden gründen aber trotzdem äh vorbereitung abgeschlossen die ach so das meinst du ja ja aber ja nur leute die schon zu mir gehören und die äh haben schon alle meinen glauben das müssen wir dann für äh leute machen die wir erobern so weiter jetzt die speisen werden gerade zubereitet der Wein ist bestellt meine Diener sind rund um die Uhr damit beschäftigt die Gäste zu ihren Gemächern zu führen und die Haupthalle so zu schmücken wie ich es gewünscht habe das ist ja schön ich muss sagen die Ergebnisse sind sensationell noch nie in meinem Leben habe ich so unglaubliche Gerichte gesehen ich habe vielleicht alles geplant aber zu sehen wie es sich zusammenfügt raubt mir den Atem das wird ein denkwürdiger Tag werden die Kosten für das alles liegen im Rahmen dessen was ich erwartet hatte und die Schatzkammer sollte in der Lage sein sie zu tragen naja ich habe nur zwei Gold also und dann ist da noch die Tatsache äh die Sache mit der Zeremonie selbst wenn ich daran denke dass ich in wenigen Tagen einen Ehepartner haben werde oi 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 ich habe Schmetterlinge im Bauch Hochzeitsbudget ist durchschnittlich Qualität ist hoch und die Hochzeit beginnt in Hannover ist Hannover eigentlich unsere Hauptstadt oh ja hier sind wir oh da ist sogar ein Symbol dafür und man muss mal sagen die deutsche Übersetzung dieser Hochzeitsmod ist besser als die Standardübersetzung von Paradox bei den normalen Events es wird geheiratet oh guck mal die haben sie hier sogar so eine 3D Oberfläche für den Tempel gebastelt das ist ja der Shit die Zeremonie heute ist der Tag alle sind auf ihren Plätzen die Gäste sind in der Haupthalle versammelt und ich sitze in einer Nische vor der Tür warte darauf dass ich an der Reihe bei der Prozession bin mir fällt gerade auf dass wir den neuen DLC nicht aktiviert haben ach ärgerlich na egal wir haben auch so neue genug Mod-Events meine Gedanken kreisen in wenigen Minuten wird sich mein Leben für immer verändern oh oh Gott na oh Wodan schon wieder diese Schmetterlinge ist das die richtige Entscheidung bin ich dazu bereit ist Prinzessin Helene wirklich der wirklich der richtige Mensch für mich meine Träumerei wird je hinterbrochen als mein Diener mir mein Stichwort gibt und ich spüre wie ich mich auf die großen Türen und damit auf mein neues Leben zu bewege nun ist es so weit da ist sie und da bin ich und mein Reichsgurde Noah Norbert eine Schar von Leuten in Roben stürmt in den Thronsaal sucht eifrig den Boden ab und hebt dabei von Stühlen bis hin zu Röcken alles kurz einmal an Prinz wie du Kind schreit einer wir sind die Anhänger von Giselmar dem Kopflosen jetzt einem großen Heiligen wegen einer Prophezeiung die man ihm bei der Geburt mitgab enthauptet wurde wie es bei Heiligen oft üblich ist begann sein Kopf wegzurollen wir haben ihn quer durch das Land verfolgt und sind uns sicher dass er den Hügel hinauf in euer Bollwerk gerollt ist ich heirate hier gerade ich werde nicht zulassen dass irgendein Kult meinen Hof auf den Kopf stellt während meiner Hochzeit so also ich glaube es hackt ich heirate hier bei weitem mehr als zufriedenstellend als die Prozession in die große Halle einläuft geht ein hörbares Aufatmen durch die Menge es scheint als hätte sich unsere unermüdliche Vorbereitung gelohnt die Pracht des Ganzen ist auch Prinzessin Helene nicht entgangen denn sie schenkt mir ein anerkennendes Lächeln als sie dem Mittelgang entlang kommt allein für diesen Blick hat es sich gelohnt Kompatibilität zum Ehepartner erheblich verbessert und 100 Prestige oh das ist noch nicht fertig äh okay bessere Kompatibilität aber Norbert mag mich nicht mehr so ich erkläre euch hiermit zu Gemahl und Gemahlin mit diesen Worten werden Prinzessin Helene von Sachsen und ich uns der Menge wenden wir uns der Menge zu die in Beifall ausbricht mein Herz äh bebt als ich zum ersten Mal Helenes Hand nehme und wir schreiten zum Altar flankiert von der von den anerkennenden Blicken unserer beiden Familien ich atme erleichtert auf der schwierige Teil ist vorbei ich bin verheiratet er möge Wodan uns langes Leben und Glück schenken meine geliebte Helene der Empfang jetzt ist es Zeit für den eigentlichen Grund warum Menschen auf Hochzeiten gehen der Empfang die Stimmung ist ausgelassen als das Fest beginnt von unserem Platz an der hohen Tafel aus können mein Ehepartner und ich sehen wie sich unsere beiden Familien zu vernetzen beginnen jemand stößt auf unsere Gesundheit an und ein Jubelschrei erhebt sich im Raum zweifellos wird es der erste von vielen achso wird es der erste von vielen heute Abend sein aww sie mag mich lasst uns mit der Feier beginnen also ich muss echt sagen die Mod finde ich jetzt schon richtig geil so einmal war da so ein hat da so eine Textpassage gefehlt aber endlich sind Hochzeiten mehr als einfach nur ein Klick da empfindet man dann auch ein bisschen mehr für seine Ehe für seinen Ehepartner anstatt den nur für so ein Mittel zum Zweck für irgendwie Werte und Bündnisse zu sehen finde ich richtig schön die Mod Empfang und vorhin die Sache mit dem rollenden Kopf ist ein normales Hof-Event vielleicht haben die die Mod und das finde ich super cool vielleicht haben die die Mod so programmiert dass bei der Hochzeit immer irgendein Random-Hof-Event aufploppt und beim Empfang immer ein Random-Party-Event so damit sich die nicht die Hochzeiten nicht immer gleich sind das wäre ziemlich geil Wein bei Sachsen wo ist das Bier ähm ich habe keine Kohle ich kann es mir nicht leisten wir müssen alle zusammenlegen jetzt kommt schon für meine Hochzeit oh und während ich heirate bin ich auch noch nach Arnsberg um das Ungeheuer zu fangen nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind mache ich mich mit einer ausgewählten Gruppe von Wachen auf den Weg um dem berüchtigten Ungeheuer entgegenzutreten das Arnsberg in Angst und Schrecken versetzt es dauert nicht lange bis wir es finden eine deutliche Blutspur führt uns geradewegs zum Aufenthaltsort der Kreatur ich bin zwar bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden was mich erwartet doch als der riesige Wolf schließlich vor mir steht kann ich nicht anders als zu zittern hui das Tier ist größer als ich erwartet habe ne komm wie hoch ist die Prozent okay okay weil wir ein guter Kämpfer sind wir werden nicht sterben dann ist ja alles gut äh stell dich mir du widerliche Bestie ah ja ich kann hier Jungjäger werden oder was ihr tötet das Ungeheuer Arnsberg erhält Ungeheuer getötet Volksmeinung und Entwicklung ich kriege nochmal 350 Prestige ich werde Jungjäger was mir noch mehr Kampfgeschick gibt 5% Wahrscheinlichkeit dafür dass ich den Spitznamen der Jäger bekomme Prinz Widukind der Jäger klingt nicht schlecht Plotmist das Ungeheuer ist deine Frau was Helene fuck sie ist ein Werwolf ihr werdet von der Bestie verletzt ja 40% könnte passieren die haben dann immer noch ihre Bestie aber die Volksmeinung hebt sich trotzdem und ich bin verwundet und verliere Prestige aber let's go Ungeheuer getötet so wollen wir das und der erste von drei möglichen Rittern ist eingetroffen oh Bruder 27 Kampfgeschick du bist na ich hab nicht genug Kohle aber in paar Monaten warte noch ein bisschen oh der Empfang geht weiter ich hab kurz die Bestie getötet und bin jetzt wieder zurück zur Hochzeit was als gewöhnliche Hochzeit begann wurde dank der Anwesenheit von Helene zu einem außergewöhnlichen Fest wir haben den ganzen Tag über alle möglichen Themen gesprochen und wie die Dinge so liegen scheinen wir eine Menge gemeinsam zu haben ich hatte so eine gute Zeit mit Helene oh was für ein schöner Abend ja siehst du normalerweise würde ich sagen oh Helene direkt scheiden lassen weil die die kann nichts besonderes und hat auch keine vererblichen Eigenschaften aber durch diese Hochzeitsevents will ich das nicht mehr ich mag Helene jetzt das ist alles richtig massiv und RP mäßig das gefällt mir richtig gut der Empfang als meine Gäste abreisen wir haben bis spät in die Nacht geschlemmt und getanzt aber jetzt gehen die Gäste endlich nach Hause während sie aus dem Saal strömen flattert mein Herz vor Vorfreude bald werden Konzessin Helene und ich zum ersten Mal allein sein dies wird unsere erste Nacht von vielen sein jetzt na um ehrlich zu sein haben wir schon zwei gemeinsame Kinder also es ist wahrscheinlich nicht die erste Nacht die wir allein sind außer damals haben Leute zugeguckt aber ist Perversion bei uns nicht verboten na 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 jetzt möchte ich dich wirklich kennenlernen Gemahlin mögliche Ereignisse wir werden gediebte Seelenverwandte Rivalen was muss beim ersten Mal passieren damit man Rivale wird holy shit wir kriegen auf jeden Fall nochmal Prestige ach oh nur Freunde Helene und ich lachten und lachten als wir vom Flur zu unseren Gemächern gingen und uns über einen dummen Witz lustig machten den wir uns während des Empfangs ausgedacht hatten oh süß als wir jedoch im Schlafzimmer ankamen wurde Helenes Lächeln immer schwächer sie schaut zu Boden und dann wieder zu mir hoch und wählt jedes Wort mit Bedacht wir sind verheiratet ich weiß was das bedeutet sagt sie aber ich sehe euch wirklich nur als einen Freund können wir einfach so weitermachen außer wenn es nötig ist sie liebt uns nicht sie liebt uns nicht das wollte ich auch gerade sagen Freunde ich brauche keine Freunde ja so hart nach der ganzen Hochzeit hätte sie das nicht vorher sagen müssen äh können äh ja das das wollte ich auch gerade sagen Helene na gut ich habe ja noch meine 16 jährigen Konkubinen die Hochzeit die Rechnungen bezahlen bezahlen für die für die Friendzone die Zeremonie für meine Hochzeit mit Prinzessin Helene ist zu Ende und es stellt sich nun die Frage wie ich dafür aufkommen soll es ist mein gutes Recht in diesem Zuge eine Sondersteuer zu erheben und das mache ich auch oh Volksmeinung minus 40 aber egal ich brauche auch das Geld um ehrlich zu sein so jetzt können wir ihn hier auch einstellen da ist das traurig hast du dir einen Korb bei Ikea gekauft was achso ein Korb alles in Ordnung jeder schaffe Typ wird ab und an gefriendzoned ja aber auch nicht wenn du der König von Sachsen bist und so eine tolle Hochzeit machst auf der Hochzeit gefriendzoned aber Hauptsache jetzt Königin sein wollen verdammt Anspruchsteller einladen nö was ist das achso das sind die Ritter wir müssen erstmal ein paar Sachen anhaken auf jeden Fall hier so das das da Alter wie teuer bescheidenes Fest mal für 100 Gold Massenauswurf nö der Bodensatz nee Englisch Sprachkundler rede ich nicht schon Englisch nee ich rede Sächsisch ne wo wird denn Englisch gesprochen das ist ich muss ja erstmal meine eigene Hofsprache lernen oder was guck mal hier gibt es überall noch gar keine Hofsprachen und kein Mensch spricht Sächsisch aber schon Hochdeutsch alles klar man ja dann sollte ich meine Hofsprache ändern wie geht das denn nochmal hier Sächsisch erst 79 erst in 10 Jahren und das ist auch super teuer noch holy shit okay dann wohl nicht na gut wo fahren wir bin ich denn klug genug oh ja ich bin ganz ganz schön schlau sogar dann würde ich sagen suche ich mir einen Sprachlehrer wir hätten Burgfleet die Englisch Sächsisch und Vulgär Italienisch spricht meisterhafter Philosoph 23 Bildung Administrator aber so teuer oder für 15 sie hier auch meisterhafter Philosoph nicht ganz so schlau spricht Englisch und Sächsisch das soll mir wohl reichen das soll mir wohl reichen so die Jums Wikinger da fehlt mir gar nicht mehr viel eigentlich nur noch Römmigkeit fast Pontifikat vernichten ja später keine Fraktion ich erlerne eine Sprache guck mal das ist jetzt bunt die haben das in der mod jetzt bunt gemacht grün sind die die ich schon vergeben habe oder nee okay ja ich wüsste jetzt gern was der Farbcode bedeuten soll manche sind grün manche sind gelb und der Hofner ist blau aber es gibt auf jeden Fall viele neue gemoddete auch holy shit bin mir gar nicht sicher welche mod das ist aber hier auch sache noch nicht richtig ausgefüllt leider wieder gut wir haben einen oh guck mal sogar mit Sternen jetzt damit man gleich sehen kann wie gut die sind guck mal guter Hofarzt unser Hoftutor die ist auch gut geworden angel doch mal eine gute Frau aber ich will jetzt auch nicht viel Geld hier ausgeben was ich gerne hätte wäre hier ein Groß Almonsier Almosenier Almosenier ich bin mir nie sicher wie man das ausspricht den hätte ich gerne durchschnittlich ja aber unser Reichsgode Moin Violet wie geht's wie steht's so den hätte ich gern und ich hätte gern persönlichen Streiter für ja Moin Moin Oh Lambert das ist der Typ den wir eben eingestellt haben hervorragend nice wie viel Prestige gibt er mir dann plus 0,2 immerhin das ist ein richtig krasser Typ und dann haben wir hier diese ganzen neuen gemoddeten oder was wie viel Master at arms court position Ritter Effektivität hier jemand der nur für meine Rüstung zuständig ist noch mehr Ritter Effektivität okay wir können uns richtig krasse Ritter machen aber die KI kann das auch Steuern Antreiber Versall Meinung minus 2 bis minus 10 aber mehr Kohle 2 bis 10 Prozent mehr Postet 0,12 ja gut die unsere Frau ja wenn wir dann Guten hätten dann würde er sich vielleicht seine Kosten wieder rein bringen das ist nicht schlecht Royal Tariff Collector Meinung unabhängiger Herrscher für mehr Domäne steuern aber auch nur schlechte keine guten Wirtschafter bei uns leider Master of the Royal Mounted Mounted Couriers was achso Kuriere quasi hier Botschaften Überbringungs Leute kommt okay für Komplotte aber das heißt du hast hier wirklich einen wenn du jetzt auf Ränkespiel gehst brauchst du den zum Beispiel hier Komplott Stärke Komplott Geheimhaltung hoffilosofen hoffilosofen anstellen hoffilosofen anstellen für hoffracht und oh warte mal wegen 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 den hierden machen wir minus 15 prozent forschung mit dem kriegen wir bis zu plus acht wieder zurück der ist recht teuer aber das wäre schon eigentlich ganz gut jetzt für uns zum ausgleichen ein bisschen und der hilft uns auch beim lebenswandel und wir haben sogar gute love gifu oder wichiman der ist ein mächtiger wasall und da der ja auch gut ist also wie viele meisterhafte philosophen haben wir eigentlich bei uns so dann mag der uns auch mehr du wirst unser hoffilosof reimt sich sogar geil so viel neuer scheiß oh hier chronicles also so jemand der quasi ja eine chronik über uns führt stell dir mal vor du bist der Kaiser von Byzanz und richtig mächtig und reich und hast einfach alle diese Hofämter besetzt Großadmiral Verschiffungskosten reduziert das wäre geil wenn du Wikinger bist oder halt den den Sehneschall der ist der ist Vanilla ein Herbalist also so ein Kräuterkundler kleiner Bonus für Krankheitswiderstand und Gesundheit oh für ein langes Leben und gibt uns auch ein bisschen Bildung aber wir haben kein okay der braucht wahrscheinlich diese Persönlichkeitseigenschaft Kräuterkundler Chief Herald also quasi so ein wie heißt das nochmal hier der Typ der auf den Marktplatz geht und da Dinge verkündet der gibt auch nochmal Prestige aber der braucht irgendwelche Anforderungen es steht hier irgendwo was der braucht wir brauchen Heraldic okay genau und der muss Kräuterkundler sein für Seneschal ist nicht bereits als Ratsmitglied aufgestellt ein Hofdichter muss natürlich Poet sein Hofhenker muss einge das finde ich immer komisch dass der Henker jemand sein muss der eingekerkert ist dass nur Verbrecher Henker werden dürfen Hofgenie muss inspiriert sein ja genau Heraldic Queen Mother okay die Königin Mutter Norbert ist weiblich Norbert ist Vater von euch also wir können quasi unsere Elternteile anstellen für ein bisschen mehr Verwandtschaftsmeinung und Bekanntheit und Gastmeinung und hier so ein Historiker also es gibt auf jeden Fall sehr viel zum Bekanntheit Farm euer höchster getragener Titel ist kleiner oder gleich okay man darf einen Historiker nur haben wenn man kein König ist das ist seltsam ja gut viele coole neue Sachen auf jeden Fall so Hüfflinge ja interessiert mich alles nicht wirklich so gucken wir mal lieber in unseren Rad so ach Gott und wir sehen direkt wir haben einen besseren Goden unseren Arzt guck mal Dr. Varin so dann kann ich den hier auch ja dann machen wir den natürlich auch zum oder ich meine er mag uns eh schon auf 100 und besser ist er auch nicht nö dann lassen wir ihn als Borussia Monsier unser Kanzler ist ja richtig scheiße Bruno von Ostfalen also tut mir leid aber kannst du irgendwas anderes boah nicht wirklich irgendwas dein Job ist übrigens Prestige sammeln na gut ist halt ein mächtiger Vasal er hier hat immerhin 11 das ist schon mal okay oh Vichy Mann das ist der Mörder der diesen Bauern hat verschwinden lassen du sorgst für Kohle du sorgst für Frömmigkeit das ist alles soweit okay da gibt es auch keinen besseren hier Hans wäre besser aber ist halt kein mächtiger Vasal und Kriegsführung 10 ist jetzt auch nicht schlecht oder so ja möchtest du mal äh Befehlshaber ausbilden statt Armee zu organisieren bitte er ist ähm Unwand von Münster und hier haben wir Häuptling Lothar von Angria was ist eigentlich mit dem von Westphalen ah ne das haben wir noch gar nicht gekundet Häuptling Lothar von Angria ist unser spitze leider nicht besonders gut na gut lassen wir so meine gute Frau Diplomatie ne du bist ja jetzt nicht so gut aber hilf mal mit der Domainverwaltung bitte bringt die uns mehr Geld ok 0,1 mehr komm nehmen wir mit so wir haben jetzt 8 Ritter wir haben zweimal Ruskala wir haben 900 Prestige da können wir mal ein bisschen ballern Onaga natürlich zack wir können nur 4 haben das ist aber da müssen wir kräftig forschen also wir können uns nicht zweimal Onaga erlauben würde ich sagen ja wobei die sind ja auch schon wo steht denn das nochmal genau Art Speerträger wir haben ja quasi schon schweres Fuß da brauchen wir die jetzt nicht extra nochmal dann würde ich eher sagen die kontern Speerträger und Bogenschützen dann die hier um Reiterei zu kontern die wird Karl der Große ja sicherlich haben dann könnten wir Plänkler kontern Bogenschützen kontern wir schon mit den Huskalen das heißt Pferde brauchen wir erstmal nicht die kontern schweres Fußvolk so wollen wir schweres Fußvolk oder Plänkler kontern Karl der Große wird ja sicherlich beides haben würde ich Plänkler kontern aber unser schweres Fußvolk ja während deren schweres Fußvolk aber unsere also wenn die wenn wir uns Bogenkämpfer holen um seine Plänkler zu kontern dann hat der ungekontertes schweres Fußvolk das unsere Pekiniere und Bogenkämpfer kontern würde oder ne nur unsere Speerträger ja puh schwierig ich will aber meine meine Huskale nicht verlieren darum hole ich Bogenschützen um seine Plänkler zu kontern so ah viele sagt es auch lieber Bogenkämpfer ein bisschen haben wir noch wie teuer wäre das 108 komm egal wir gehen mal überall auf Stufe 2 da haben wir ordentlich was ausgegeben machen auch im Minus aber das ändert sich hoffentlich bald so da pumpen wir uns hier ein bisschen auf hier Kriegerorden da würden dann unsere Jums Wikinger glaube ich zuzählen was gibt es eigentlich an Söldnern ist da irgendwas alt sächsischer Trupp Dortmund okay es gibt sogar also gemoddete Söldner Kompanien sehr gut so hier können wir noch nicht hoch gehen wir sind Stamm Versammlung Versammlungshallen können wir uns nicht leisten ja müssen was sparen dann bauen wir uns Versammlungshallen und Märkte und Kriegslager Hannover ist unsere Hauptstadt Haupterbe der falschen Dynastie was achso wegen der Wahl ja das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren Pilgern können wir uns nicht leisten 50 50 50 okay es wird also auf gar keinen Fall mehr als 50 kosten dann würde ich warten bis wir 50 haben und dann Pilgern gehen Ruftutor amt frei warum warum kündigt sie aber ich lerne immer noch okay dann sparen wir Geld soll mir recht sein unser Kriegsvolk da sind wir schon mal auf 2000 Truppen und hier ist er ja er hat gepanzertes Fuß ach er hat gar keine Plänkler hätten wir vielleicht mal er gucken sollen wie heißen deine Ritter altfränkisch holy shit man das kam aber ganz schnell zack befehlshaber verbessert sehr gut was gibt es hier am Hof ah verschmähter Höfling jetzt mach mal halblang ja wir wir lernen eine Sprache warten bis unsere Armee voll ist wir sollten ein paar zwei Herzogtümer gründen damit wir mehr Prestige kriegen ist aber auch teuer worauf sparen wir nochmal auf die Pilgerreise leckt es ganz leicht vielleicht wie viel kosten die denn vor allem hier Westfalen das hätte ich natürlich sehr gerne 125 20 oh der ist auch richtig gut oh der ist aber noch teurer nee das geht nicht außerdem haben wir richtig viel Anspannung kann ich meine Frau vielleicht doch noch verführen aber ich habe schon das Sprache Lernen Komplott ja ich habe schon persönliches Komplott und das geht noch fünf Jahre na gut ihr solltet Hamburg an jemanden verleihen was ist das hier denn oh es gibt auch neue Gebäude das bringt mir halt nichts ne nur Volksmeinung minus 44 na gut na gut außer ich reformiere den Glauben irgendwann ah das wird eh noch dauern na gut aber schon jemand der da auch richtig Kohle rausholt Bertrada du kriegst das Häuptlichstum von Hamburg sehr da ist ein bisschen schicker und ich würde sagen wenn wir unsere Armee voll haben dann können wir auch direkt mal irgendwo einmarschieren aber wo wohl wir könnten auch Kinder verheiraten eigentlich ganz gerne mit denen hier da die Wikinger aus Dänemark der hat leider keine Kinder zum verheiraten das ist schlecht wie wäre es mit Haraldor Kriegszahn aus Sierland der ist ähnlich stark hat aber auch verheiratete Kinder wer hat hier nochmal unsere heilige Stätte oh die Polaben die sind tatsächlich gar nicht schwach was ist mit den Pommern 1400 Truppen 1600 hier direkt neben uns Oberhäuptling Visan von den Uboriten und eine unverheiratete Tochter oh die verwundet ist und einäugig und krank da ist wohl eine Behandlung fehlgeschlagen vielleicht heiraten wir da mal rein bevor die völlig völlig verreckt so ah mit wem denn wohl ah mit unserem Sohn Altbiet wieso wie hm der wird halt unser Erbe sein wie ist das eigentlich wenn ich bei der Skandinavier Wahl dann nicht gewählt werde also er dann habe ich nur noch meine Häuptlingstümer ne ja ok warte mal kurz überlegen wie ist das denn dann angenommen ich werde nicht gewählt und ich habe mehr als ein Herzogtum dann gibt es nicht mehr den Königreichstitel weil ich nicht gewählt wurde das heißt mein Reich würde dann zerbrechen das heißt wir sollten tatsächlich nur ein Herzogtum gründen eigentlich hm und er würde unser Haupterbe bleiben wenn wir ihn nicht enterben ja gut ich ich verheirate ihn mal mit ihr oh er wird nicht annehmen was warum hatte lineare heirat weil es sein einziges Kind ist weil er noch keinen Sohn hat gut dann fragen wir vielleicht später nochmal nach so fasst man das gut zusammen ja wenn ich nicht gewählt werde ist es scheiße tja 700 899 so 1300 und der hat immerhin auch schon Sohn aber die Tochter schon verlobt hab ich nicht auch eine Tochter ja ja so hier mit den mit den Pommern ja den Pommern der Oberhäuptling der Pommern was hier hier heirat arrangieren mit meiner Tochter Ote Lindes oh der Lispelt ist vererblich bitte nicht mit deinem Jungen hier Stupsg Häuptling Klimen von Stupsg welcher der Sohn vom Oberhäuptling ist genau so wollen wir das und der nimmt auch an dann machen wir das da haben wir unsere erste Hochzeit wir sind jetzt verbündelt mit Pommern und wir haben die Kohle für die Pilgerreise und da sowieso alles gleich viel bringt es ist eigentlich auch egal wir gehen nach Roskilde dann haben wir bald Jums Wikinger auch noch abweise als ich mich auf meine Reise vorbereite weiß ich dass mich die himmlische Hand vor allem unheil beschützen mir ich werde zwar nicht lange weg sein doch ich bete dennoch dass dem reich während meiner Abwesenheit nicht zustößt dann warten mal bis wir zurückkommen von der Pilgerreise und dann führen wir erstmal Krieg und das Verlöbnis wurde angenommen wir sind verbündet mit den Pommern die Polaben werden unser erstes Ziel sein weil die unsere heilige Städte haben und dann müssen wir wahrscheinlich hier nach Jeland hoch gehen weil die auch eine heilige Städte haben obwohl ich mich eigentlich lieber mit ihnen verbündet hätte oh die haben Krieg gegen Kent die wollen nach England gehen ich brauche nur den Schutz von oben I tell you Moin Moin gelingt Oh viele weißt du das wie viele Pokémon du noch hast äh du schon hast bestimmt eine Menge Stolunior wie geht's gelingt ist dir heute schon irgendwas Gutes gelungen wie nice zersplittert dass da noch alles ist alles so einzelne Stämmen ist halt wirklich nicht lange her dass das römische reich im westen zerbrochen ist pilgerreise die ankunft das ging ja schnell in den fußstapfen der ahnen endlich bin ich hier mit leib und seele am großen gotteshaus von roskilde als der tempelgode mir den segen erteilt denke ich darüber nach was alles geschehen musste damit die himmlischen mächte mich hierher führen konnten zu diesem Augenblick so wie sieht's aus mit Joms Wikingern nur noch 21 äh frömmigkeit und 700 prestige das kriegen wir auf jeden Fall in unserem Leben noch hin die obetrieden mein heimatland lull ne nicht ganz normaler tag nein immerhin nicht lieber erst die kleinen fürstentümer neben dir die Obriten ja die Obriten sind sogar recht stark auch wenn die so klein sind ich würde lieber warten vielleicht bis der einen Sohn kriegt und mich da mit dem verbünden hier sind zum Glück noch keine Katholiken hier die sind sogar stärker als Böhm die sind sogar mit die stärksten die es hier so gibt ja wirklich nur wir sind noch stärker als die Obriten und das Gute ist ja das ist gar nicht so weit weg vielleicht kriegen wir die heilige Stätte sogar direkt da müssen wir mal gucken welche war das nochmal da maximaler Schlachtwurf plus vier das ist schon nicht schlecht und ein Kampf geschickt pro hingabestufe was bei uns noch nicht besonders viel ist um ehrlich zu sein so bin ich wieder zurück dann wir gehen mal auf Stupe 3 so die rückkehr wir haben unsere maximale energie energie armee polaben ihr haltet unsere heilige stätte das geht nicht klar herzogtum geht noch nicht weil ich nicht illuster bin das dauert auch noch lange komplett unterwerfen das wäre natürlich geil aber da müssen wir noch lange warten massiver grenzkonflikt genau wir haben die grenzkonflikt mod großer grenzkonflikt kleiner grenzstreit hervorgetan das ist nicht mehr lange hin wo ist nochmal mittenberg mittenberg ich hätte sehr gerne die grafschaft von was ist das denn hier ich kann quasi dass der tribut an mich zahlt okay ich werde zu zerehen die zahlen mir 5% von ihrem einkommen geben mir ach guck mal das ist auch nochmal wir können quasi zu einem vasallen start machen die geben 0,01 prestige die verlieren 5% aufgebote ich kriege 2,5% aufgebote oh alter ich kriege die aber gut 2,5% ist jetzt auch nicht viel aber trotzdem ich kriege ein zusätzliches kriegsvolk pro 20 Vasallen starten oh alter die mods das ist so geil ich kann dem kleinen Krieg erklären ich kann den zum zum Krieg rufen und wenn die 15 Jahre lang mein Ding ins Kirchen sind dann können die das permanent werden krass und das geht jetzt schon oder was oder ich kann ihn direkt als permanent machen da kriege ich dann doppelt so viel von deren Einkommen 10% 0,05 Prestige 10% von seinem ne 5% von seinen aufgeboten und 1,5 Kriegsvolk pro 20 1,5 das heißt ich kriege 3 Kriegsvölker wenn ich 40 habe hallo pantoffel die obriten waren schon immer recht stark die den mussten damals helfen die obriten zu schlagen ach guck mal geling kennst du dich mit der mit dieser europäischen früh geschichte aus vielleicht probieren wir das mal auch später aber zuerst wollen wir wittenberg für die heilige städte das ist erstmal das wichtigste für uns können wir nicht machen weil die nicht direkt an uns angrenzen oder was da das ist dann zwar nee komm wir wollen das ein bisschen roleplay angehen wir wollen uns hier jetzt nicht so eine exklave machen wir nehmen schon hier magdeburg und danach wittenberg dass das alles ein bisschen zusammenhängt also gib mir magdeburg wo ist magdeburg da so für 75 prestige der erste krieg da sieht man natürlich auch da der ACK3 ist das beste oh in Hornichat so liebe Freunde it's time unsere Sachsen nicht Germanen Sachsen aber ziehen aus wir stärken uns für den Krieg gegen Karl den Großen da ist er Tönig Karl von West Franzien mit an und das ist das schlimme der hat einen Anspruch auf ganz Franzien das heißt der kann sich Mittelfranzien holen ja der kann sich Mittelfranzien holen der hat den Anspruch drauf und dann haben wir ein Problem dann hat er 10.000 Truppen das ist hier ein bisschen die Herausforderung auch sagt gebt mir meine tapferen Krieger da sind sie die Hauptstadt ist Kuben und wir besetzen erstmal hier Magdeburg und Halberstedt so soll es sein ist nur eine Frage der Zeit bis die Tripsy anbaggern was dann hat Simon ja gar nicht mehr die exklusive Anbaggerung nur für sich ja historisch gesehen hat er sicher auch noch Italien geholt und hier Bayern und Böhm und alles da Karl der Große guck mal wir haben jetzt ja sogar ein bisschen Zeit mit der oh ne guck mal die wollen es hier tatsächlich wissen ok aber die haben keine Onaga ne ja 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 gleich unter unserer Hauptstadt dann belagern wir hier mal fertig und dann gehen wir da mal hin was wird hier belagert Goslar oh Goslar hat doch später die Mine oder ah wenn wir das dann erforscht haben geil wir haben jetzt schon die krasse Goslar Mine so rein da für Goslar 145 Pokemon oh viele oh da laufen sie so sie stellen sich dann zeigt mal meine Huskale was ihr so drauf habt oh er ist sogar selbst da der Milidutsch König Milidutsch von Polam und auf Wiedersehen ah wir haben ihn nicht gefangen genommen na gut ab nach Halberstedt übrigens ich habe ja gesagt wir haben auch diese Mod mit diesen äh historical figures und es gibt eine Erweiterung quasi äh mit historical figures dass sie auch diese Einträge für die Charaktere die es nur in Bookmarks Plus Spielständen gibt eingefügt haben also quasi eine Crossover Mod richtig cool und das ermöglicht es uns das hier jetzt vorzulesen Karl Karl Große war von 768 bis 814 König des Fränkischen Reichs er erlangt darum heißt es auch so ne quatsch äh des Fränkischen ein junger Vermittler oh unser Sohn heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern Brigida wollte von der von den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Barangelei Altfried ging dazwischen und konnte den Streit beenden bevor jemand verletzt wurde es ist unglaublich wichtig angesichts von Druck die Ruhe zu bewahren da wird er ruhig oh er könnte tapfer werden oder religiöser eiferer aber wir können uns die Anspannung nicht leisten du wirst ruhig mein guter so wo waren wir oh unsere Frau ist schwanger na wohl doch nicht nur Freunde oder ist das eine Moment die war 18 meine Frau ist doch 25 ach hier das ist unsere eine von unseren konkubinen gewesen sehr gut sehr gut wenn die Frau nicht will die konkubinen die haben zu wollen so er erlangte am 25 Dezember 800 als erster westeuropäischer Herrscher seit der Antike die Kaiserwürde die mit ihm erneuert wurde der Enkel des Hausmeisters Karl Mattel war der bedeutendste Moment der Enkel des Hausmeisters achso also Karl der Große ist der Enkel war der bedeutendste Herrscher aus dem Geschlecht der Karolinger das Frankenreich gelangte unter ihm zu seiner größten Ausdehnung und Macht das Phantom auf Twitch danke für den sub danke danke schon zum zweiten Monat Moment wieso steht das nicht im Chat ist mein Chat irgendwie eingefroren ich drück mal auf aktualisieren willkommen im Chat Phantom auf Twitch und danke bei mir steht es im Chat und hallo waddes hi darf man ehrlich sein ja sicher doch entkommen der Oberhäuptling aus Meißen ist entkommen was soll's wir haben trotzdem 44% wo waren wir karl gelang es seine Macht im Frankenreich zu sichern und es in einer Reihe von Feldzügen nach außen erheblich zu erweitern besonders verlustreich und erbittert besonders verlustreich und erbittert geführt waren die mit Unterbrechung von 772 bis 804 andauernden Sachsen Kriege deren Ziel war die Unterwerfung und erzwungene Christianisierung der Sachsen karl griff auch in Italien ein und eroberte 774 das Langobardenreich da ein gegen die Mauren in Nordspanien gerichteter Feldzug im Jahr 778 scheiterte dagegen so die Sachsen Kriege oh was wir gelten nicht als wichtige Person wie frech na die Sachsen Kriege hat er gegen uns geführt und wir werden die Geschichte umschreiben Funktioniert mal wieder nichts vielleicht für ein Technik Stream oh Gott oh ein Dodri Belagerung gewonnen da wird gerade geplündert ne da gehen wir das ist keine Armee die uns was Böses tut Eberstein wird belagert oh die sind zurückgekommen ab nach Eberstein nach Eberstein ah wir machen minus 1,3 Prestige Verlust aber das kriegen wir schon noch in den Griff wir müssen nur ein paar Sachen erobern und ein Herzogtum gründen oh da will er über Göttingen abhauen den Weg schneiden wir dir ab mein lieber oh da treffen wir aufeinander wir sind schneller oh der ist aus der letzten Schlacht noch verletzt da gibt es noch mal was drauf so lange bis du es lernst los gefangen ne gebt ihn mir neuer Sohn Egbert Egbert immerdinger Konkubinkind ja du kriegst einen Paganen Namen Aslak Gorm ne wie hieß der Egbert gefällt mir eigentlich schon ne ne Egbert ist gut der kleine Egbert mögest du stark und weise werden mein Sohn Ich unterrichte ich auch direkt zuck und wir haben den König gefangen genommen easy win was wollte ich machen genau ich wollte gucken ob mein Kind überhaupt richtig ausgebildet wird der ist immerhin schon zehn ja in Kriegsführung ist okay die Tochter und da müssen wir noch drei Jahre warten der Krieg ist durch geben sie mir Magdeburg und als nächstes ist es dann Wittenberg wir lösen unsere Truppen auf und unsere Ruhmstufe ist Ilusta das heißt ab jetzt können wir andere coolere Kriegsgründe nehmen sieht aus wie ein kleiner Simon nennen wir ihn Simon Eckbärt wenn schon der Eierbärt eine Frage der Loyalität meine Gemahlin Prinzessin Helene erwartet ein Kind und sollte überglücklich sein allerdings verhält sie sich in letzter Zeit merkwürdig und ich wäre das Gefühl nicht los dass etwas nicht stimmt ja zum Beispiel dass sie uns in der Hochzeitsnacht gefriendzoned hat das stimmt zum Beispiel nicht ich kann kaum glauben dass sie mich jemals derart hintergehen würde doch könnte es sein dass sie nicht dass ich nicht der Vater bin naja sie wollten nicht gerne Sex mit uns haben aber wir sind doch auch befreundet wir sprechen sie einfach direkt darauf an ein schleichender verdacht natürlich ist das kind von euch helene klackt mit den knöcheln wie kommt ihr nur darauf dass dem nicht so sein könnte hat sie von meinem verdacht wind bekommen das passiert immer und ist nun höchst enttäuscht von mir sie mag mich immer noch auf plus 100 also was soll's und wir sind auch immer noch Freunde das wird unsere Freundschaft schon verkraften so Karl der Große hat noch keinen Krieg geführt ist aber verbündet mit Benevento oh ja ja die sind ja alle gar nicht mal so schwach so wir sind jetzt hervorgetan hier land die sind auch nicht schwach aber die haben auch eine unserer heiligen städten oh hi das ist aber weit weg ah das ist Roskilde ne ja hm oh was ist das denn hier Vagrien das waren doch vorhin diese Olo Ocho Olo Ocho Leute wir brauchen mehr Truppen Grafschaften ausbauen Kinder verloben ja ich ja stimmt ich hab einen neuen Sohn bekommen Grafschaften ausbauen da haben wir noch nicht genug Geld für so Visan von Vagrien das sind jetzt ganz andere das ist noch derselbe Typ sein Reich heißt jetzt nur anders eigentlich wollten wir uns mit ihm verbünden aber der steht halt irgendwie jetzt zwischen mir und Roskilde wir könnten das hier mal ausprobieren dafür bräuchten wir aber 300 Prestige gut dann probieren wir das mal später aus machen wir hier wieder normalen Krieg wir machen uns auf den Weg zu Ilusta ich könnte ihn unterwerfen aber brauche ich da auch mehr Prestige dann würde ich eher die Polaben unterwerfen gleich du kriegst hier nochmal irgendeinen Standard Grafschaftskriegsgrund ja Kiel perfekt und von hier können wir dann rüber nach Lolland und dann Richtung Roskilde das passt doch gut was kostet temporärer Tribut hat das auch 300 gekostet nee müsste günstiger sein da müssen wir die ja nur 15 Jahre halten aber da wir ja Prozente von ihrem Einkommen und von ihren Truppen haben bekommen würde es wahrscheinlich schon Sinn machen wenn wir da größere für nehmen ich meine was bringt es mir denn 10% von 1 zu kriegen oder so aber die hauen komplett ab vielleicht die Wikinger zum Tributs Dingen machen das wäre vielleicht cool die Polaben unterwerfen und die zu unserem Tribut Staat Dingens Kirchen machen das wäre nice da die machen auch gut Geld Prestige und haben viele Truppen vielleicht ist das unser way to go die haben gar keinen Bock auf campen so Kiel ist gleich belagert bekommt Woody mal ein Raid plötzlich alle Mods weg Nein ich grabe Booty seine Mods ab früher morgen aus irgendeinem Grund bin ich heute morgen etwa eine Stunde vor der üblichen Zeit aufgewacht es fällt mir schwer wieder einzuschlafen und die Sonne geht bereits über dem Horizont auf auch wenn ich mich etwas müde fühle kann ich vielleicht die Gelegenheit nutzen um etwas zu tun da ich im Moment keine wichtige Arbeit zu erledigen habe ich könnte einen Spaziergang machen für Frömmigkeit Hashtag Jums Wikinger wie weit ist es noch oh wir haben schon genug Frömmigkeit wir brauchen wir brauchen für so viele Dinge Prestige Mann Mann ich könnte früh frühstücken kleiner Gesundheitsbonus aber in meinem Alter im Bett liegen und an die Decke starren dann verliere ich Anspannung ja ein Buch lesen für Prestige 10 Stück na komm wir lesen mal ein Buch zack schön den Duden gelesen das Telefonbuch von Hannover ohne Einträge weil es noch keine Telefone gibt geben sie mir Kiel danke für Kiel dann beschützen wir Stade und noch eine Tochter Radegund das war das Kind wo wir nicht wussten Videokind Dota weil sie die Tochter von Videokind ist dann verloben wir gleich mal ein paar für ein paar Bündnisse eine Frage eine Frage der Loyalität was meine Konkubine ich werde ich werde Sache diskret nachgehen wenn mich jetzt schon die Konkubinen anfangen zu betrügen dann ist aber unbegründeter Verdacht ich dachte kurz es wäre Karl der Große der uns den Krieg erklärt an den kläglichen Prinz Videokind ich habe mit eurem Ratskanzler Oberhäuptling Bruno von Ostfalen einen Briefwechsel geführt der sich als wahrlich peinlich zur Schaustellung schlechter Diplomatie erwies ihr seid nicht der Mensch für den ich euch gehalten habe verdammt Bruno verdammt er hat uns blamiert vor den Polaben die wir eben verprügelt haben Oberhäuptling Visan da ist er auch direkt gefangen nehmen bitte na ne leider nicht na gut halb so wild dann gehen wir nach Zwischen oh mein Befehlshaber hier ja von mir aus warum nicht ne schadet ja nicht ah ne erst Razzisburg Razzisburg oh oh was was der belagert zurück moment das geht so aber nicht mein lieber so Spracherwerb krän Krähenfüßen. Hochachtungsvoll Adam. Adam verdient den Tod. Das verdammte Schwein. 80 Anspannung. Verdammte Scheiße. Wer ist er? Der Gast von dem Typen in Wittenberg, den wir erobert haben. Unfassbar. Geistiger Zusammenbruch. Seit kurzem kommt es mir vor, als wäre ich meines Titels nicht mehr würdig. Zweifeln an meinen... Zweifeln andere Herrscher ebenso sehr an sich selbst. Ich versuche gut und edel zu sein. Zufrieden mit meinem Los und fern unnötiger Ambition. Doch mir kommt es vor, als sei ich weitaus mehr von Neid und Stolz zerfressen als andere meines Standes. Verflucht sei dieses Universum dafür, jemand so erbärmliches wie mich in solche Höhen erklimmen zu lassen. Oha. Armer Widukind. Wir werden einsiedlerisch. Oha. Ja, wir werden einsiedlerisch. Mies. Und warum? Weil der Pucking Adam unseren tintengetränkten Raben in die Bude geschickt hat. Was ist das für einer? Die Chancen sind auch nicht gut. Und unser Ratsspitzel ist auch ein trotteliger Oberlauch, der nichts kann. Komm, unterstütz mal meinen Komplot. Bringt das viel? Teuer. 18. Oh, ich habe das Gefühl, Adam kommt ungestraft davon. Ein selbstkritischer Sachse. Und wahrscheinlich ja, ich erkunde das Gelände selbst. Aha. 44 Prozent. Schon besser. Ah, wir haben aber noch acht Jahre Zeit für unsere Rache an Adam. Verdammter Adam. Und Gacha. Wir scheuchen die ganz gut durch die Gegend. Du kannst nichts kaufen. Moment mal. Angst. Oh, Faltiges Kriegsbanner. Das wird verbrannt. Moment mal. Und eine wertvolle Geisel genommen. Der Krieg ist gewonnen. Ah, da gucken wir doch direkt mal. Ah, guck mal. Bei Jüge noch Skizzi. Tütsch. 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 Also eigentlich ist die doch immer. Ja, refresh mal. Ah, bei viele hat sie auch gehangen. Doch, doch. Bei mir geht, glaube ich, alles. Ah, hat geklappt. Sehr gut. Genauso wie unser Krieg hier. Der hat auch geklappt. Gebt mir meine Forderung. Und wir lösen die Truppen auf. Und wir haben schon 3000 Mann. Ah, Karl. Bald, bald, bald. Genau, und wir wollten gucken, was diese Tributgeschichte da kostet. Hier geht das nicht. Musst man dafür aneinander angrenzen, oder was? Wahrscheinlich. Temporär kostet 250, nur 50 weniger. Es läuft doch ganz gut. Allein in der Küche. Einer der Köche. Ich habe hier, äh, Altfried, ein Kind von euch. Er hatte versprochen, alle Töpfe in der Küche zu putzen. Wisst ihr? Winkel holt tief Luft. Und er hat wirklich alle Töpfe geputzt. Hat sogar den Kessel geschrubbt, ohne, dass ich darum gebeten hatte. Ein wirklich süßes Kind habt ihr da. Das ist wirklich sehr selbstlos. Doch passt eine solche Tat zu jemandem von seinem Stand? Hm. Mitfühlend. Wundersättlich ist aber auch. Ich tat war rachsüchtig. Ja, pff. Ach, was für eine süße Tat. Ihr werdet es weit bringen im Leben. Wird halt mitfühlend. Was soll's. Lässliche Steuern. Oh, wundervoll. So. Wir haben drei freie Kinder. Wer möchte denn heiraten? Oh, hat Jeland hier Sjeland eingenommen? Oha. Da hat doch Österreich-Gutland bestimmt was dagegen, oder? So viele Leute hier. Mit den Pommern sind wir verbündet, ne? Ja. Mit den Pommern sind wir verbündet. Oh, die haben sich aufgespalten. Es gibt Pommern und Pomerellen. Oh, warum? Und wir haben hier mit dem Schwachen ne... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hier, dann bitte mit dem guten Pommern. Hier, Gertruda Kessin. Du musst verheiratet werden. Und ich habe da... ...den perfekten Sohn. Unseren Erben. Die unterwerfen wir. Dann machen wir das. Tja. Boah, finden wir für den vielleicht noch was Besseres. Hier, du kriegst Eckbert. Bitte sehr. Wie wäre es denn, zum Beispiel hier mit Böhm? Oder Niederschlesien? Na, die haben ja aber gerade schon Stress. Der hat... Ach, unverheiratet. Ach, guck mal. Aber dann... Da ist ja noch die andere Tochter hier. Hier, da. Kennen Sie... ...von Niederschlesien. Oh, herrisch. Ist in Ordnung. Herret arrangieren. Mit... ...Altfried. Ah, was ist hier mit Eckbert? Nur, der ist jetzt verlobt. Eckbert. Und er wird auch annehmen. Zack. Allzu gerne nimmt er an. So. Und wir haben direkt einen neuen Sohn bekommen. Wenzel. Hallo, Wenzel. So. Die Bayern... Die sind katholisch. Da sagen wir direkt nein. Er hat keine Tochter. Ist da gut Land. Der hat eine Tochter. Möchtest du den Wenzel? Ja, da wird reingewenzelt. Nimm... ...die... ...Hochzeit an. So. Niederschlesien. Unser großer anti-katholischer Bund. Wächst und wächst. Verlobt. Ja, da wird das Verlöbnis dann bald gebrochen. Verlobt. Ah, wir haben noch eine Tochter. Radegund. Okay. Wir haben noch eine Tochter. Und der Typ von Böhm... ...hat einen unverheirateten Sohn. Radegund. Ah, was? Warum nicht? Was ist... Was ist das Problem? Eigene Heirat von Häuptling... ...Natha? Was? Wünscht sich ein Bündnis? Ich habe schon zu viele Bündnisse. Ach, komm. Steigt sich Heirat auf? Meinungen über Radegund. Meinst du, ein Geldgeschenk hilft da? Meinungen von Häuptlingen Natha über euch. Plus zwei. Das könnte noch mehr geben. Okay, wem muss ich Geld schenken? Aber Moment mal. Was ist das denn hier? Also ich will ja ein Bündnis... Aber er ist auch nicht verheiratet. Willst du sie heiraten? Was ist das denn? Aha! So. Zack. So. Oh, ein Schmetterling. Ein Schmetterling landet auf meinem Arm. Er sieht so harmlos aus. Er plattert mit den Flügeln, ohne sich meiner Existenz bewusst zu sein. Rausschlagen und ihn töten! Schüttelt ihn ab. Ich werde warten, bis er wegfliegt. Oh, nö, hier so fünf Römmig-Prestige nehmen wir noch mit. So. Jetzt nimm halt an. So. Dann zeig jetzt mal her. Karl. Wir werden ihm theoretisch jetzt schon überlegen. Aber ich wäre schon gerne erst erhaben. Ja, erhaben. Na, er-iluster. Und da kommt schon erhaben. Ja. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich leben unsere ganzen Bündnisleute dann noch. Jetzt geht es erstmal in den Krieg gegen Jylland. Da holen wir uns vielleicht sogar unseren ersten Verbündeten mal mit dazu. So, und ich würde hier gerne über die... Hier rüber gehen. Und dann nach Jylland. In zwei Kriegen haben wir hier dann auch unsere heilige Stätte in Roskilde. Äh, Lolland Falster. Und als Verbündeten holen wir uns. Wer ist denn am nächsten dran? Ach, Östergutland. Stimmt. Ja. Ö-ö-östergutland. Ja, ich gewalde. Mit seinen 1200 Mann. Komm doch bitte in den Krieg. So. Inwürdig ist immer keine gute Idee. Schinken gleich schenken plus schicken. Und was ist, wenn ich jemandem einen geschenkten Schinken schicke? Da wird reingewenzelt. Noch 5k... Achso, so viel hatte ich noch. Achso, das ist Pokémon-E. Wieso hat Trips so viel Pokémon-E? Ja, ich gucke mir halt die ganze Zeit selbst beim Stream zu, quasi. Ratet mal, wer gerade Schinken auf der Pizza hat. Oh, Schinken-Pizza ist eine feine Sache. Let's go. Dann schank er Schinken. Aber geschickten Schinken schank er dann. Oh, was? Du willst 150... Mein ganzes Prestige willst du dafür, du? Gieriger Prestige-Gierer. Aber wenigstens kommt er auch. Tja. Okay, wir haben bald die Kohle für ein Herzogtum. Wir bräuchten noch... Ja, aber wir brauchen Prestige für so viele Sachen. Das ist es halt vor allem. Wir wollen die Joms-Wikinger, das kostet Prestige. Wir wollen Kriegsgründe, dafür brauchen wir Prestige. Oh, oh. Äh, Leute? Die kommen, glaube ich, gerade zurück, also... Ah, ne, die drehen wieder ab. Okay, alles. Wofür wollten wir noch Prestige? Wir wollen Sachen ausbauen, Kriegsvolk... Wir brauchen einfach Unmengen Prestige. Es ist einfach so. So, wer ist hier inspiriert und was will er machen? Metallschmiede-Inspiration? Ah, ist sehr geübt. Insignien. Aber... Nein, jetzt nicht. Wir haben nicht die Kohle übrig. Erst die wichtigen Sachen. Obwohl, Insignien bringen Prestige. Verflixt, rufe ich, als ich den Brief lese. Mein ekelhafter Rivale Adam... Oh, das ist der Typ mit dem Raben. Ich spucke auf euren Namen. Nicht nur habt ihr meine Vasallin und Tempel-Gurden-Bertrada mit List und die bereits davon überzeugt, euch zu heiraten. Oh, dieses Schwein. Nein, ihr habt Tempel-Gurden-Bertrada auch noch gegen mich aufgebracht. Ah! Eure giftige Zunge verbreitet eine Lüge nach der anderen über mich. Ihr liebt Bertrada nicht. Ihr wollt nur, dass ich leide. Ich muss Bertrada davon überzeugen, wie hinterhältig Adam ist. Ah, 57 Prozent, dass sie glaubt, dass ich noch mehr Lügen erzähle. Und dann gibt es wieder 40 Anspannungen. Aber 43 Prozent, dass ich sie überzeuge. So, verliert ihre schlechte Meinung von mir. Verliert untreu und wird loyal. Versuchen wir es. Ja! Wir haben sie überzeugt. Nice. Sehr gut. 43 Prozent. Win. So, wir haben auch direkt wen gefangen genommen. Ähm. Hier. Wie viel will sie denn? Für 50 Gold kriegen wir Insignien. Und sie ist sehr geübt. Hoffen wir, dass sie gut werden. Und dass sie uns viel Prestige bringen. So. Belagerung Uno. Und ab nach Riebe. Riebe ist Liebe. Habe ich mir sagen lassen. So. Er macht hier... Oh, der ist in einen anderen Kampf verwickelt worden. Das ist ja fantastisch. Verliert er sogar? Oder ist er das gar nicht? Nee, das sind andere Armeen. Egal. Inspiration. Die Unentschlossenheit in Person. Ich laufe sehr grimmig dreienblickend Angela, der Kunstschmiedin, entgegen und hoffe, dass sie keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeiten an meinen Insignien hat, die bald fertig sein sollte. Oh, da seid ihr ja, Leensherr. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde, lacht sie nervös auf. Ich brauche nur mehr Inspiration, mächtiger Prinz. Hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? Hm. Ich könnte mit ihr jagen gehen, aber nur 10%, dass wir leicht höhere Quali kriegen. Wir könnten zur großen Halle gehen. Ja, machen wir das mal. So. Raus mit dem alten Kram. Ich führe Angela durch meine große Halle und bin sehr stolz auf den Luxus und die diversen Reichtümer, die dort zur Schau gestellt werden. Sie macht ein paar Runden durch den Raum und um dann ganz niedergeschlagen zu mir zurückzukehren. Lehnsherr, hier ist nichts, was mir ins Auge fallen würde. Gibt es denn sonst nichts anderes? Da muss irgendwo noch irgendein Schrott herumliegen. Oh. 62%, dass es sogar schlechter wird. Was für eine Zeitverschwendung. Schade. Wählt die Insignien, werden nicht gut. Oh nein, mein Komplott gegen Adam ist aufgeflogen. Verdammt. Dieses verdammte Schwein. Verflucht seist du, Adam. Nichts habe ich ihm getan. Ich habe seinen Wittenberg ja noch nicht mal angegriffen. Ich habe ja erst Magdeburg geholt. So was Freches. Guck mal, wie ähnlich die Farben auch sind. Wir sind, die sind ja quasi dafür geschafft, an uns unterworfen zu werden. Ah, wir haben solche Prestigeprobleme. Wo bin eigentlich ich? Oh, ich bin richtig schlecht. Na ja, Belagerung gewonnen. Liebe. Dann helfen wir mal hier beim Belagern und gehen dann auf die Hauptstadt. Im Weg. Ich laufe in meiner Unterkunft hin und her. Denke über dieses oder jenes nach. Dann stoße ich versehentlich gegen eins der Möbel. Hier Anspannung. Hopp, leicht im Kopf. Da ist mir schön den kleinen Zeh angestoßen. Inspiration. Die Hand einer Vermählten. Meine Gemahlin Helene plaudert angeregt mit Angela und zählt Ideen und Verschläge für ihr jüngstes Vorhaben meinen Signalen auf. Meine Kunstschmiedin verhehlt ihre Verachtung kaum und ist von der Einmischung meiner Vermählten offenkundig wenig angetan. Und wenn ihr schon an so etwas arbeitet, fährt diese fort, kann das gute Ding doch gleich zu dem Erbstück passen, das mir hinterlassen wurde. Man meint fast einen Teil der Seele von Angela sterben zu sehen. Hm. Ah, kommt, Liebling. Überlassen wir diese Sache den Fachleuten. So. Die dumme Ehefrau, ey. Die uns gefriendzoned hat in der Hochzeitsnacht. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Nach der Hochzeit im Schlafzimmer, ey. Mann. kann ich dann gleich zur Hauptstadt bitte. Inspiration. Wohlüberlegte Meinung. Angela bringt mich auf den neuesten Stand, was ihre Fortschritte angeht. Sie schwadroniert endlos von den Grenzen, die ihr durch ihre Werkzeuge und ihre Werkstätte gesetzt werden. Während mein Geist auf all meiner kühnen Ideen schier ins Wanken gerät. Das, was für die Umsetzung dieser Ideen tatsächlich getan werden muss, mag nicht im Bereich meiner persönlichen Stärken liegen. Doch das heißt nicht, dass ich nicht ein Wörtchen mitzureden hätte, wie mein Geld ausgegeben wird. Da kriegen wir den nächsten Nervenzusammenbruch. Aber 42% auf höhere Qualität. Ich hätte da ein paar Vorschläge. Aber auch 25% auf mindere Qualität. Oh Gott. Nicht schon wieder Nervenzusammenbruch. Ich hätte da ein paar Vorschläge, Angela. Kann ich irgendwas gegen meine Anspannung tun, bitte? Euch zurückziehen? Ihr werdet etwas Anspannung verlieren. Aber wir... Mann, wir haben nicht 150 Prestige. Oh. Oh, Mann. Oh. Minus 213. Was soll denn das? Komm, jetzt nimm einen. So. Eingenommen. Ab zur Hauptstadt. Der Krieg soll mir jetzt aber mal bitte ein bisschen Prestige bringen. Lolland, Fallstar, ey. Ohne Prestige kann ich keinen Krieg erklären. Vielleicht hätten wir doch nicht so viel Geld in Kriegsvolk investieren sollen. Aber auf der anderen Seite gewinnen wir jeden Krieg, den wir führen. Von daher... Oh, die sind gut geworden. Meisterlich. Hier drüben, mein Furst, ruft meine begünstigte Angela und winkt mich mit einem breiten Grinsen herüber. Ich habe viele Tage und Nächte daran gearbeitet. Doch endlich ist mein Werk vollbracht. Sie überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Ein kunstvoller Insigniensatz von sehr guter Qualität. Er besteht aus einem Messing-Zepter, naja, Messing, das mit kleinen Karneolstücken verziert wurde, einem Leinenumhang, das klingt ehrlich gesagt recht billig, der mit Garn aus Wolle bestickt wurde und einer großen Karneol Cabojon Halskette. Plus 0,18 Prestige immerhin. Äh, ja, das ist bezaubernd, du wirst nicht hingerichtet. Gern geschehen. So, Pantoffel freut sich da. Wollen wir vielleicht mal gucken. Was hieß es dann? Einen geilen Mantel war doch dabei, ne? Ja, so weit sind wir noch nicht. Hier gibt es übrigens sehr viel zusätzlichen Kram durch, ähm, ich glaube, das ist das Community Flavor Pack. Es gibt zwei, ähm, Mods, die Kleidung hinzufügen. Eine von beiden haben wir. Afrikanisch, päpstlich, ja, ganz sicher nicht. Wikinger, Wikinger-Schild, nein, nein, nein. Ordensumhang, aber, kann man dich nicht drehen? Ne. Nordmann, oder? Man, mir scheint, wir haben schon den geilsten. Ja, hm. Wie sieht's hier denn aus? Iberische Christen, Hochadel, iberische Christen, Muslime, nordische Fürsten. Guck mal, das wird hier zumindest mal farblich zusammenpassen. Also, so richtig nordisch sind wir eigentlich gar nicht. westlich, nee. Ja, den haben wir als Standard, ne? Indisch, afrikanisch, nee, 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 das ist alles ganz weit weg von uns. Hm. Aber es passt schon fast zu gut zusammen. Nee, nee, komm, bleiben wir dabei. Bleiben wir dabei. Aber wenn wir das nächste Mal eine Krone kriegen, dann gucken wir vielleicht nochmal da rein. So, belagern wir die Hauptstadt. Simon, hör auf, von Pizza zu reden, wirklich. Ich werde schon wieder auf Hunger. Was? Die Abreibung? Mein Sohn Alfred, äh, was? Sohn Alfred, denn er leiden müssen. Aha. Er wurde grün und blau geschlagen und weigert sich mir zu sagen, wer ihm das angetan hat. War es ein älteres Kind oder hat er einen Adeligen zur Weißglut getrieben? Er ist aber zumindest nicht ver... Oh, er ist stark. Geil. Aber nicht verletzt zum Glück. Äh, er scheint als ließen schon flackernde Schatten ihn zusammenzucken. Vielleicht sieht das arme Kind seinen Angreifer in ihn. Er schaut ständig über die Schulter, als wäre er immerzu auf der Hut. Der hat einen Mobber. Der hat einen Mobber. Paranoid. Bandiert Paranoid für Feige? Ne. Beschüchtern. Oh, er wird paranoid. Genau wie ich. Wie sein Vater. Bleib wachsam, Junge. Gebt ihnen nicht noch eine Gelegenheit. Oha. So, wir holen uns hier die Insel. Und dann holen wir gleich auch mal Kerkerkohle ab. Wir haben bestimmt mittlerweile den einen oder anderen gefangen genommen. Da kommen sie wieder. Verdacht von Hexerei. Ach, Quatsch. Da. Und da haben wir einen Vorzug. Heere Blablabla bemerkte meine Angst und teilte mit mir eine kryptische Nachricht. Ah, ein Geist scheint an euch zu hängen. Macht euch keine Sorgen. Es ist ein sanfter Geist, der nichts Böses im Sinn hat und mehr als alles andere neugierig und verspielt ist. Er könnte euch sogar helfen und wird euch in Ruhe lassen, sobald seine Neugier gestillt ist. Aha. Er war in der Menge verschwunden, bevor ich ihn weiter befragen konnte. freundliches Gespenst. Ränkespiel, Frömmigkeit, Komplottwiderstand. Okay. Geil. Vesper, der Hausgeist. Oh, die kommen an. Oh, sehr gut. Mach bitte schnell fertig. Zack, so. Belagerung gewonnen, 54%. Und die kommen, ne? Geil, dann warten wir hier auf die. So. Und die kriegen einen Malus, wenn sie hier über die Fuhr drüber wollen. Ach ne, die belagern hier zurück. Schade, kein Malus. Egal. Dann schnappen wir sie uns so. Hier ist auch bald fertig belagert. Das warten wir noch ab. Nicht, dass der, wenn wir angreifen, die Belagerung abbricht oder so. Weiß man ja nie so sicher, was die KI im Sinn hat. Zack. Und jetzt gibt's auf die Mütze. Und das nicht zu knapp. Ihr Ehepartner der Sache gewachsen. Einige meiner Ratsmitglieder glauben, dass ihr Posten ihnen allein aufgrund ihres Blutes oder ihres Einflusses zusteht. Wie sie sich doch irren. Ich erwarte Ergebnisse und doch werde ich häufig enttäuscht. Nach einem langen Tag beschwere ich wenig Unterricht erteilen, um ihren Geist zu schärfen. Wir könnten sie beschlafen. Aber wozu? Die kann ja nichts besonders Tolles. Nö. Dann bleibe ich lieber bei meinen Konkubin. Reichsgurde Varin, der ist hier Bruno von Ostfalen, der ist mein Ratskanzler. Studiert Diplomatie. Ja. Oder Varin, mein Gode. Studiert Bildung. Er gibt mir Prestige. Darum will ich, er ein bisschen besser wird. Bitte Bruno von Ostfalen ein bisschen unterrichten, gute Frau. Oh, Spracherwerbfehlschlag. Mann, nicht noch ein Nervenzusammenbruch. Dann lerne ich halt kein Anglisch. Ist auch in Ordnung. Gibt's eine neue Konkubine vielleicht? Bauernanführerin, oha. Ich hatte noch nie eine weibliche Bauernanführerin. Rät mir gerade so auf. Und Lüstern, hallo? Eine lüsterne Konkubine. die Bauernanführerin ist, also, ja, 29, da geht auch noch was. Zack. Ah, wir brauchen ein paar bessere Anführer. Das geht so nicht weiter. Oh, und da ist wieder jemand inspiriert. So, du belagerst mal schön. Und ich klopp die nochmal weg. Ja, die werden auch von ihrem Jarl befehligt. Sehr gut. Oh, eine Warnung aus der Vergangenheit. Während ich mich in einem der entfernteren Teile meines Reiches befinde, stoße ich auf einen alten Grabstein, der teilweise in die Erde vergraben ist. Auf ihm sind die Worte eingeätzt. Gedenke mir, wenn du vorbeigehst. So wie du jetzt, so war ich eins. So wie ich jetzt bin, wirst du eins sein. Bereite dich auf den Tod vor und folge mir. Oha. Über die Warnung eines Grabsteins nachgedacht, kriegen wir Frömmigkeit und Lebenswandererfahrung. Wir sind ein Stoff, aus dem Träume gemacht sind und unser kleines Leben wird durch einen Schlaf abgerundet. Philosophische Gedanken für den König. So, da kommt der Yal nochmal. Oh, da will er abhauen. Nein, 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 nein. Wir müssen über den Fluss, aber trotzdem. Schnappen die jetzt. Oh, minus 41. Ah, teurer Sieg, aber ein Sieg sehr untypisch. Meinst du die Grad in Schrift? 96%. So. Dann hauen wir ihn gleich nochmal um und dann sollte es das sein. Achso, dieser sächsische König, ja. wie ich paranoide, nachdenklich. Aber vielleicht ist es genau diese Art der Untypischkeit, die man braucht, um Carl den Großen zu besiegen. Ich will auf jeden Fall in der Lebenszeit von Vidukind noch einen großen Krieg gegen Carl den Großen führen. Am besten ein ganzes Königreich snacken. Nein, 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 den kriegen wir. Zack. Und das ist es dann gewesen, oder? Ah, immer noch 3%, wirklich? Na gut, dann komm, belagern wir mit, anstatt nochmal hinterher zu rennen. So, das ist auch das Kriegsziel. Lolland Falster. Damit schaffen wir den Sprung auf die Inseln. Und als nächstes kommt Ciel an. Will er hier die Hauptstadt zurückbelagern? Nee, will er hier einen Last Stand machen, oder was? Beeil dich lieber. In 3 Monaten, nur noch in 2 Monaten musst du hier sein, sonst ist der Krieg verloren. Sieh zu, damit du noch ein bisschen Ehre abbekommst. 40 Tage. Oh, nur noch einen Monat, das schaffen die nicht mehr. Ja, haben sie selbst gemerkt, jetzt geht da umbelagert. Nee, nee, die Nummer ist durch. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zack. Und auch die Wikinger besiegt. alle auflösen. So, das ist auch gut. Wir haben hier den Waffenstillstand. Der geht nur noch 11 Monate. Ach, guck mal. Dann können wir uns Wittenberg holen. In 2 Jahren können wir uns hier das nächste wie Lübeck oder so holen. Und dann in 5 Jahren holen wir uns Roskilde mit ganz Sjelland. Aber wir haben dieses krasse Prestige Defizit einfach. Wir müssen, wir brauchen jetzt Kohle aus dem Kerker am besten und gründen dann Herzogtum. Wir finanzieren auch nicht wieder den Charakter. Wir sind auch über der Domäne. Ja, wir checken nochmal alles durch jetzt hier. Ne, ne. Laufende Wahlen, ja. Ich gebe meine Stimme mal Adfried. Der ist auch auf Nummer 1, ne? Stimmergebnis, jo. Mit. Okay, riesiger Abstand, einfach riesiger Abstand. weil meine Stimme zählt für 36 einfach. Krass. Also, die müssen sich schon alle zusammentun, um mich zu überstimmen. Sehr gut. Große Stimmgewalt. Damit sind wir damit durch. Ja, ich brauche keinen Vormund. 50 Gold und 50 Gold. Zack. Und Zeit für unser Herzogtum. Herzogtum Westphalen, bitte. Titel schaffen. Wir sind aus unserem Prestige Malus raus, machen Plus. Prestige Problem damit erstmal gelöst. Kontrolle kümmern wir uns gleich drum. Diverseste Kriege, ja. So. Habe ich meine Insignien eigentlich angelegt? Nee. Dumm. So. Nochmal 0,2 mehr. 32 Gold haben wir noch. Am Königshof möchte jemand was? Fingerknochen eines Prinzen. Ein Hausierer in einem Mantel, auf den allerlei Flitter und Schnickschnack aufgenäht sind, kommt auf mich zu. Mein Fürst, ich besitze ein Artefakt, das grandiose Illusionen erzeugt und mit Hilfe dessen ihr alle davon überzeugen könnt, dass ihr über Zauberkräfte verfügt. Sie wedelt mit einem bunten Stoffwurm, der in einer sehr dünnen Schnur befestigt ist. Zunächst scheint er zu ruhen, doch durch die Manipulation des Fadens erzeugt man eine Illusion, dass der Wurm zum Leben erwacht ist. Stellt euch nur vor, wie beeindruckt die Edeldamen bei Hofe sein werden. Wegen einem Wurm an der Schnur, willst du den Kerker oder was? Mir gefällt ein bisschen Zappelei. Ich hatte so einen Wurm, ach was. Und haben die Hofdamen gedacht, dass du zaubern kannst? Ich werde nicht den Puppenspieler geben, du alberne Frau. Oh, die ist tot. Verschwand spurlos, schon wieder. Nein, wie, wann warst du da schon wieder? Nein, warum töten die immer alle Leute? Ihr sollt die rauswerfen und nicht umbringen. Verschwand spurlos. Das ist schon das zweite Mal, dass sowas passiert. Waffeninspiration. Eine prächtige Waffe schmieden. Fritz Love. Sehr geübt in dieser Kunst. Ja. Was würde das denn kosten? 50. Ah, das haben wir gerade gar nicht. Das haben wir gerade gar nicht. hier überall zu wenig Geld. Geld und Prestige. Keiner von euch bringt Geld. Könnt ihr gut kämpfen? Der Typ kann gar nichts. Die darf sie überhaupt kämpfen? Haben wir Oh Gott, wo sieht man das denn nochmal? Ich glaube in Kultur, ne? Kriegsführung nur Männer. Okay, das bringt uns also gar nichts. Bozzi da. Rostislav Durchschnitt aber ein guter Anführer. Rostislav, du kannst gerne, aber ich kriege, ich bin paranoid. Das heißt, wenn ich ihn rekrutiere, kriege ich einen Nervenzusammenbruch, ne? Das steht hier jetzt nicht, aber ich glaube, das ist so. Will ich jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren, aber wir könnten ihn zum Henker machen, aber Henker kriegt, kriegt Geld. Machen wir nicht. Machen wir alles nicht. Ja, hier ist soweit alles cool. Du kannst bitte für ein bisschen Kontrolle in unseren eroberten Gebieten suchen, wenn es dir nichts ausmacht. Du störst Komplotte. Ja, du holst uns weiter Prestige ran. Ansonsten ist alles fein. Jetzt liest doch mal den Chat. Ich habe es gelesen, ich habe es gelesen. Wir haben ja genug Frömmigkeit für die Jums Wikinger, dann kannst du hier ein bisschen Asachsen bekehren. Ich bin mir nicht sicher, aber gut. Oh, wir sind jetzt gläubig. Aber das bringt uns glaube ich nicht besonders viel. Rostislav ist jetzt für uns guter Befehlshaber. Ja, hier können wir nicht noch mehr investieren. Wir müssen eigentlich schon fast was auflösen. Und wir müssen eine Domäne abgeben. Hier die Insel zum Beispiel. Da ist ja nichts gebaut. Da passt auch nicht viel drauf. Das vergeben wir an jemand, der gut mit Geld kann. Sie ist meine Tempelgodin. Sie ist die Tempelgodin von Bremen. Wollen wir den Goden? Ja, aber sie ist halt einfach gut mit Wirtschaft. Bitte sehr. Ich hätte das vielleicht lieber meiner Tempelgodin. Ach nee, er ist ja mein Tempelgode. Ausbauen können war nichts, ne? Nee. 75 Gold und 200 Prestige. Ah ja. Aber wir sind aus unserer Prestige Flaute ja raus. Wir können Hof halten. Ah, das kostet aber wieder Prestige. Nee, nee, nee. Tja, was machen wir dann jetzt? Wie lange ist noch unser Frieden mit den Polarben? Neun Monate noch. Ein offenbartes Geheimnis. Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Basal Bruno soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Deine Affäre ist Glissmort war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Solche Dinge dürften außerhalb der Ehe nicht vorkommen. Ja, in den Kerker. Mein Ratskanzler Bruno hat die unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass Adalga gezeugt wurde von niemand anderem als ihm. Aha. Tja. So. Bruno, du willst doch bestimmt für Geld da raus, ne? Wenn wir warten, kriegen wir 100. Wie viel machst du denn im Monat? Nein. Ja, warten oder abkassieren ist halt die Frage. Aber solange er im Knast ist und wir warten, können wir hier jemanden reinsetzen, der uns mehr bringt. 0,7 Prestige jetzt und er bleibt jetzt im Knast so lange bis er 100 bezahlen kann. Neuerwerb. Bei meiner täglichen Verwaltung des Reiches sind mir einige Gelegenheiten aufgefallen, denen ich nachgehen könnte. Sie alle haben großes Potenzial, aber ich muss mich für eine entscheiden. Die Frage ist nun, welchen mir wohl den großen Nutzen bringen wir? Fuliant. Ein sehr gutes Buch Artefakt, ein Druckmittel. Ne, ich nehme den kurzen Invest hier 175. Oh, Dynastie Vermächtnis. Wir gehen auf Kriegskunst, ganz Standardmäßig. 50. Da war der Typ, der eine Waffe für mich schmieden wollte, ne? Für was denn kann ich rekrutieren? Für 50? Oh, ne, da ich eh nicht kämpfe. Ne, ne, ne. Dann geben wir lieber ein bescheidenes Fest mal. Verlieren endlich mal eine Menge Anspannung. Und die Vasallen mögen uns mehr. Ja, komm, investieren wir da rein. Achso, er will seine Geliebte freikaufen für 10 Gold. Ja, natürlich. Ich stehe doch der Liebe nicht im Weg. So, wir geben ein schönes Fest mal. und in 8 Monaten geht es wieder zu den Pull-Up. We don't talk about Boone. Stimmt, wir könnten plündern. Wir könnten plündern. Oh, es kommt so Katastrophe, nicht schon wieder. Leute, wir müssen noch mal auch, es kostet so viel Prestige. Oh, Mann, mein schönes Prestige. Immer, wenn ich ein bisschen hab. Er will, dass sie nicht mehr mit ihm im Knast sitzt. Geschmack. So, da kriegen wir unser Prestige zurück. Halb zu wild. Und ein Druckmittel haben wir auch noch. Plündern. Oh! Karl der Große ist gestorben. Mit 32. Unter mysteriösen Umständen. Irgendjemand hat Karl den Großen getötet. Aber er hat jetzt halt auch den Anspruch auf Mittelfranken immer noch. Oh, der ist nur noch halb so stark. Aber immer noch doppelt so stark wie wir. Wo gehen wir denn plündern? Wie wär's denn mit den Bayern? Ah, die sind stark. vielleicht die Polaben? Wo wir ja sowieso bald rein wollen. Hoffen wir mal, dass wir mehr Prestige kriegen, als wir verlieren. Oh, hier ist aber schon alles geplündert gefühlt. Ab auf Hündertur fest mal auf eigene Faust. Ich halte es nicht aus, dass unablässige Geschnatter in meiner Umgebung die unzähligen Gesichter, die sich mit mir unterhalten möchten. Diese Menschen. Ich wusste, dass dieses Fest mal anstrengend wird, aber dieses Ausmaß konnte ich nicht ahnen. Was für ein Glück, zumindest meine Gemahlin Helene hier ist. Es muss hier doch irgendwo einen Ort geben, an dem ich alleine sein kann. Nicht wieder Prestige verlieren. Helene, lasst mich nicht allein mit diesen Bestien. Oh, wir kriegen. Geil, und sie mag uns mehr. Das ist genug Prestige für den Krieg gleich. So, wir bründern jetzt mal schön. Gäste gehen, nochmal 100 Prestige. Sehr gut. Wie viel kostet es uns auf die Jagd zu gehen? Noch 26, na gut. Oh, da hat jemand Sächsisch gelernt. Aber weil ich Paranoid bin, sage ich, ha, sein vergeblicher Versuch, Ruhm zu ernten, ist lächerlich. Wer ist denn Vasall von mir? Thüringen hier? Ah, das ist richtig gemein. Er lernt extra für mich Sächsisch und ich muss ein Arschloch sein. Aber so ist es nun mal. Der Arme. Ach, das ist ja mein Gebiet hier, wo ich gerade bründere. Dumm. Hier, da gibt es 15 Gold. 15, 15, ja, ja. Schön auf Plündertour. Wie viel können wir maximal tragen? 219, ja, das ist doch was. Hallo, überfällst du jetzt? Oh, darf ich den nicht überfallen wegen dem Friedensding? Oh, okay, äh, den haben wir Frieden, hier dann. 3, 15. Gut. Ich hätte gedacht, dass Friedensverträge auch fürs Plündern gelten. Die Sachsen waren immer schon abfällig zu den Thüringern. Na, dann passt das ja. Ha, Karl, der Kleine, ja. Na, mal gucken. Aber ich will den direkten Königreich nehmen. Da müssen wir sogar erhaben für sein. Ne, ne, wir lassen die noch ein bisschen. Das soll ja auch ein großes Event sein dann, wo wir uns schön lange drauf vorbereiten. Oh, hier die Wikinger. Da sollten wir plündern gehen. Aber da haben wir auch Friedensvertrag mit. Geht also nicht. Ärgerlich. Na gut. Dann plündern wir hier die heilige Stätte von Akona. Na, der will mir doch hoffentlich nichts wegplündern hier. Ah, das mit der Mine kann ich wahrscheinlich gar nicht, wenn ich nicht, da muss ich wahrscheinlich feudal werden erst für. Ich weiß, ich glaube, als Stamm kann ich die überhaupt nicht erforschen. Alter, verpiss dich, das will ich haben. Nö, der snackt hier. Oh, oh Mann. Oh, haben die schon was? Den kann ich 35 Gold klauen. Aufs Maul. Und ein Verwaltungsvorzug. Untertanenpressung. Ja, wundervoll. Wird auch direkt gemacht. und hier, wir sind ja noch mit denen hier verbündet, ne? Verlöbnisbrechen. 150 können wir uns jetzt leisten. Und stattdessen können wir uns was Besseres suchen. Mit Niederschlesien sind wir schon. Großpolen. Ja! Der hat einen unverheirateten Sohn. Oh, Lungenentzündung, der macht's wahrscheinlich gar nicht lange. Hast du noch einen anderen? Ja! So. Die siebenjährige Tochter. Oh, warum nicht? Habt schon zu viele Bündnisse. Was ist das denn für ein... Untertanenpressung. Mächtige Vasallen. Ah! Betrada. Verliert 40, meinung. Dann ist die im Minus. Na gut, wenn wir das nächste Mal was erobern, dann kriegt sie das. Dann ist wieder alles cool. Oh, wir können Großplott abhalten. wir können auch hoffalten. Jagen. Aber erst mal jagen gehen. Für den Großplott brauchen wir auch noch ein paar gute Gefangene vorher. Aber wir könnten Herzog Bruno bei dem Großplott hinrichten. Aber nee, das machen wir nicht. Seine Verwandten leben bei uns im Reich. Die sind dann richtig angepisst. Tja, wo können wir den jetzt gut plundern? Die ist ja alles schon abgeerntet. 25? 15, ja, dann gehen wir ein bisschen ins Baltikum. Sieg über die Bestie Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Füchse werden groß, aber so gewaltig, auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. immer ist ebenso von Ehrfurcht ergriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen, mein Fürth. Naja, ich sage es mal so, das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Bestie erschlage. Wir zervirken und essen die Beute hier und jetzt? Alter, weil ich unersättlich bin, knüppel ich mir das einfach rein mit Varin. Oh, Bertrada kriegt dann 20 Meinungen, das ist eigentlich ganz gut. Schausdruckmittel oder ein Huxhaut als Hof Artefakt. Aber wie gut, das ist die Frage. Nö, ich hole mir 20 Meinungen vom Bertrada. So, dann ist sie nicht mehr sauer, dann ist wieder alles in Ordnung zwischen uns. Sie gibt mir 75 Gold, ich gebe ihr ein bisschen Fuchsfleisch. Hier kommt zurück, 150 Prestige. Es läuft bei uns, es läuft langsam. Tja, den Großblatt. Oh, das steigt hier richtig gut an. Die haben jetzt auch schon die ernten hier alles ab. Die haben 26 Beute, die darf ich aber nicht angreifen. Why? Das lohnt sich nicht. 18 Gold nur. Oh, unser Sohn Adfried ist erwachsen. Nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Adfried. Mit der richtigen Ausbildung kann so gar ein Kind wie Adfried, das kaum natürliches Talent für die Kriegskunst zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlang. Er hat großes Geschick bei Schlachttaktiken und der Verwaltung von Armeen bewiesen. Eines Tages wird ein guter Befehlshaber aus ihm werden, da bin ich mir sicher. Ah, fähiger Taktiker. Nicht so verkehrt. Oh, Pantoffel. Na, das nächste Pokémon kommt bestimmt. Straßenstand. Bei einer Reise durch das Häuptlingstum Dithmarschen stoße ich auf einen behelfmäßig wirkenden Stand am Straßenrand. Als ich anhalte, um ihn mir anzusehen, tritt eine Bäuerin namens Adila auf den Plan, um mich davon zu überzeugen, eines der kleinen religiösen Symbole, ein Pfeilknut zu kaufen, die sie als Schnitzereipfeil bietet. Ich mache sie von Hand her. Für jedes einzelne brauche ich Stunden. 50 Gold! Ne, zu teuer. Ich bezweifle sehr, dass ihr für diesen Stand Steuern abgeführt werden. Reiß sie nieder. Schön die Kohle holen. Volksmeinung Minus 10. Ne, nicht für 15 Gold. Come on. Ich werde mit ihr sprechen und herausfinden, was ich für die Kunst des Verkaufens lernen kann. Das machen wir. Jetzt müssen wir warten, bis der Kampf da vorbei ist. Wo stündern wir denn als nächstes? Hier ist nirgends mehr irgendwas. Plündern ist auch echt so überbewertet immer. Da oben jetzt extra da hochlatschen für 19 Gold. Ne, und und hier unten kriegen wir Zermürbungen, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ne, kommen wir einfach wieder zurück. Haar, Reichtum. Meine Schatzkammer quillt über vor Gold und Silber, würde ich nicht so behaupten, und alle Ausgaben sind gedeckt. Aufgrund meines Status wird von mir erwartet, dass ich einen Künstler oder Gelehrten unterstütze. Na, wie es der Zufall so will, sind gerade drei mögliche Kandidaten in Sachsen eingetroffen. Aber beeindruckend aber beeindruckt mich einer von ihnen. Edwald ist dafür bekannt, wunderschöne Gärten anzulegen. Das ist fast mein ganzes Gold, das ich jetzt ausgeben soll. Warum? Aber plus eins Prestige im Monat, das ist sehr viel. Dauerhaft. Alter. Mertens religiöse Gedichte haben schon so manche Seele bewegt. Die Entdeckung der Lima die Lima gemacht hat ist vielversprechend. Entwicklung und Bildung. Nö, ich nehme die Gärten. Zack. Doppelt so viel Prestige fast. Vielleicht ist deine ja einfach mein Portemonnaie. Das ist einfach mein Geldbeutel. Was kann ein Mädchen schon tun? Als ich den Raum betrete, bemerke ich, dass meine Gemahlin Prinzessin Helene distanziert und unnahbar wirkt. Ich gehe zu ihr hinüber und lege eine Hand auf ihre Schulter. Was ist denn los? Frage ich. Sie sieht mich einen Augenblick lang an und seufzt schwer. Es ist dieser Ort. Er ist einfach so gar nicht anregend. Sie zuckt mit den Schultern. Ich weiß einfach nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das Erlernen einer neuer Fähigkeit halt meine Stimmung immer auf. Dann wird sie entweder dümmer oder kann fester zuhauen. Ehrlich gesagt habe ich wichtigere Dinge zu erledigen. Ne guck mal ich bring dir ein bisschen was übers kämpfen bei. Und? Ah Bruno das sind noch nicht die 100 Tacken die wir wollen. Ruf halten. Wir können auch mal Ruf halten. Wir haben jetzt ja mehr Prestige. Zack. Mein Sohn und Erbe Altfried. Oh. Kommt auf mich zu. Und bittet mich die seine Verlobung aufzuheben. Was? Bidi ist dir nicht recht. Das ist das Bündnis mit Niederschlesien. Nein. Nein. Sie passt einfach nicht zu mir. Sie ist immer so falsch und sie ist oben rein vom Wesen her äußerst unangenehm. Bitte befreit mich von dieser Verpflichtung mein Fürst. Herrisch reiz und treuherzig. gerecht. Paranoie mitfühlend ruhig. Ihr passt auch gut zusammen. Nein. Außerdem ist sie erst elf. Da kann auch viel passieren. Und wenn du erwachsen bist, kannst dich einfach scheiden lassen. Nein, nein. Dann werdet ihr niemals heiraten. Dann wird der Mönch. So könnte ich ihn aus der Erbfolge raushauen. Will ich aber nicht, weil er stark ist. Eine Vereinbarung ist eine Vereinbarung. Da kannst du sauer sein. Ist egal. Hat der Junge noch nie eine Freundin gehabt? Die sind doch alle so. Die ist ihm doch nur zu jung. Er will gleich knack, knack. Soll ich direkt mit Milch verheiraten oder was? Macht immer ein Kind des Hofes macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während ihn seine Mutter Gilsmold behutsam zu meinem Thron führt. Fins, klagt sie, der Junge ist seit der Verhaftung seines Vaters an dem Hof von Bruno und hat niemanden, der sich seiner annimmt. Oh, das ist der Sohn von Bruno. Ich nehme ihn seinen Sohn weg, oder was? Der sich seiner annimmt. Bitte kümmert euch doch um seine Zukunft. Was ist denn mit seiner Mutter? Was kann ich mit einem solchen Kind machen? Brunos Bastard. Bruno? Ah, der hat ja auch noch einen Bruder. Und der ist kein Bastard. Bruno will den wahrscheinlich selbst nicht haben. Hm. Ein Jahr alt. Ich werde den Jungen selbst groß ziehen. Das erhöht die Hofpracht. Oh, Wichimann! Das ist der Typ, der immer die Leute spurlos verschwunden lässt. Häuptling Wichimann kommt mit einer aufrechteren Haltung als sonst auf mich zu, sichtlich begierig darauf, sich mir mitzuteilen. Mein Lehnsherr, euer Volk benötigt gelegentlich eine Gelegenheit für ein fröhliches Beisammensein, bei dem es seine vielfältigen Belastungen vergessen kann. Ich würde gern für ein Festmahl aufkommen, das zum Wohl von Sachsen in eurem Namen abgehalten wird. Allerdings würde ich dafür einen Gefallen erwarten. Du bist doch schon Ratsverwalter, was willst du denn noch? Aber er gibt mir 100 Tacken. Okay, mal gucken, was er dann später dafür will. Guter Wichimann, ja. Das Geld hat er wahrscheinlich von den Leuten, die er verschwinden lässt. Oh, hier, das ist die Mod. Ein Kriegsveteran. Plus 1 Kriegsführung und Kampfgeschick. Und plus 5 Meinungen auf andere Veteranen. Wichimann gewann 5 Schlachten. Mal gucken, ob sich das noch erhöht irgendwann. Meisterhafter Philosoph. Ich hab einen schicken Thron. Und da seid ihr jetzt wieder. Nee, hier oben sollt ihr langlaufen. Nein! Bist du bescheuert. So, dann bringen mal zurück die 18 Gold. Das hat sich ja gelohnt, ey. Ah, wir sind noch zu schwach zum Plündern. Und hier sind zu viele andere Stämme, die auch schon weg plündern. Das lohnt alles nicht. Was ist? Ich werde jeden Jahr Schritte überwachen. Eine Konkubine hat vielleicht eine Affäre. Das ist mir ehrlich gesagt recht egal. Wir könnten Blott abhalten, aber das ist halt echt teuer. Mittelfranken. Ah, die sind sogar noch stärker als Westfranken. Nee, nee. Nee, nee. Oh, Bündnis ausgelaufen. Was? Mit Österreich Land. Und meiner Kinder ist unverheiratet. Sieh hier. Ote Lindes. Aha. Willst du den neuen Typen von Österreich Land heiraten? Diesmal ist er auch keine 57 Jahre alt. Ja, du selbst ist doch klar. Wie? Warum denn nicht du? Oh, ihr habt schon zu viele Bündnisse die ganze Zeit. Wollt ihr etwa alle katholisch werden oder was? Ja. So, wie sieht's hier aus mit den Polaben? Oh, der Waffenstillstand ist weg. Sehr gut. Dann checken wir nochmal alles, bevor es dann wieder in die Kriegsschleife geht. Inspirierter Charakter kann finanziert werden. Genau, der wollte eine Waffe für mich schmieden. Für 50. Das ist schon sehr teuer. Ein Großblatt abhalten ist aber auch super teuer und kostet vor allem Prestige. Das wollen wir gar nicht gerne machen. Ist aber angehakt zum Glück. So, Bruno, hast du die 100 zusammen? Ah, bald. Bald darfst du aus dem Knast raus. Bürgermeister Petrus zahlt 15 an uns. Keine weiteren Herzogtümer bitte. Kriege erklären. Ja, ja, das machen wir gleich. Bin ich Kontrolle in Gemeinden? Bla, bla, bla. Oh, unsere Anspannung geht zum Glück auch zurück. Langsam läuft alles besser, nur so ein wütender Bauernpöbel. Wir haben unseren, unsere wichtigen Leute. warte. Ach, der hat sich hier zum Oberphilosophen gemacht, durch sein, durch sein Druckmittel. Na gut, von mir aus. Gab es da nicht noch einen anderen, der Prestige gebracht hat? Einer von den Gemoddeten? Hier haben wir auf jeden Fall die, die Gold bringen. Durchschnittlich der Gärtner, Ewald der Gärtner, Basalmeinung minus sechs, aber plus fünf Prozent steuern. Bist eingestellt? Nee, oder? Nee. Ich dachte, ich hätte den Farbcode verstanden, aber nee, doch nicht. Und hier dieser irgendwas anderes. Auch der Gärtner noch mal fünf Prozent steuern aus meiner Domäne und unabhängige Herrscher mögen uns ein bisschen weniger. Auch genommen. Was, ich mache mir jetzt schon merklich mehr Geld. Weiß ich ja nicht. Verschiffungskosten, Bekanntheit, Komplotte, Ritter-Effektivität. Ah, das ist schon recht teuer. Und wir kommen ja gut klar in der Schlacht. Nee, brauchen wir nicht. Bruno, komm, noch 14 Gold zusammensparen. So, hier, ne? Er sorgt für Kontrolle weiterhin. Moment mal, hier, Komplotte stören. Hä? Wann habe ich denn gesagt, dass du Geheimnisse aufspüren sollst? Nein, nein. So, hier wird eine Gemeinde bekehrt. Sie macht auch, was sie soll. Das ist alles cool. Wie viel kostet das nochmal an Gold hier? 75. Ah, endlich können wir mal was machen. Mehr Aufgebote, mehr Kontrolle, mehr Prestige. ja, zack. Und in Lünenburg dasselbe. Obwohl, die Jums Wikinger, die kosten ja auch Prestige und Krieger auch. Ne, ne, erst mal nur den hier. Die Jums Wikinger. Ja, 600 Prestige brauchen wir ungefähr noch. Die holen wir uns doch. So, die Polaben. Mein Freund, König Milidutsch unterwerfen. Kostet 750. Ach, Mensch. Gut, dann holen wir uns erst Wittenberg für die heilige Städte. So, dann gehört ja auch auf jeden Fall uns, wenn wir ihn danach unterwerfen. Das ist schon besser so. Genau. Kostet 75. So. 396. Hoffen wir, dass wir am Ende des Krieges ein bisschen Plus machen. Ach, guck mal, unsere Truppen sind auch schon genau hier. Perfekt. Hier, deshalb, was hat er? Oh, 2000 Truppen. Begeisterte Bekehrung. Sehr schön. Die 2000 Truppen müssen wir erstmal ein bisschen dezimieren. Oh, da haben wir einen. Theodric, ja. Wie viel willst du? 23 Gold. Okay, Christa. So, haben wir krassen Befehlshaber. So, Theodric. Und da ist direkt wieder der König. Der hat es beim letzten Mal offenbar nicht gelernt. Zack, zack. Ganz schnell gefangen nehmen, das wäre schön. Gebt ihn mir, gibt ihn mir. Leider nicht. Aber 11% gemacht. Dann zurück nach Dessau. Oh, was ist das denn? Er hat einen Verbündeten am Start. Oh, wirklich? Dann rufen wir auch einen, nö, dann ruf ich auch einen Verbündeten. Wenn du es so machen willst, dann holen wir uns Niederschlesien. Die können dann gleich an eure Hauptstadt gehen. 150. Drei hoch. Oh, alter Schwede. Oh, mein schönes Prestige. Da, nimm hin. Ich will doch nur meine Wikinger haben. Oh, 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 Wer ist er hier denn? Lutizia? Ach, der war hier am Plündern. Ja, hau mal ab, du Plünder-Boy. Sechs Monate, fünf Monate. Ah, gut. Das ist knapp. und geht er warum gehst du denn nicht auf die Hauptstadt? Bist du blöde? Na gut. Ach, hier, mit dem Typen ist er verbündelt. Mit dem wir auch schon Krieg geführt haben. Ja, ich erinnere mich. Ah, der ist sowieso bald der Nächste. Aber das wird hier jetzt auch ein bisschen was habt ihr denn bitte vor? Ja, hau mal ab. Besser ist das. Der ist schneller, oder? Ne, sah nur so aus. Brunswick geht belagert. So, einen Monat noch. Oh, unser Bündnis mit Böhm. Da muss wieder nachgeheiratet werden. Oder heißt es dann auch wieder zu viele Bündnisse? Ich hab nur unverheiratete Töchter. Aber das wird doch sicher kein Problem sein, oder? Ah, der ist auch gerade im Krieg. König Mnatha. Ah, vielleicht warten wir da, bis der Krieg vorbei ist. So, Otlindis ist mal wieder schwanger geworden. Unsere Erbfolge müsste eigentlich safe sein, ne? Was? Warum kriegt ihr denn was? Ach, weil die Sachen nicht zum Herzogtum gehören, oder was? Wir haben auch noch Bundteilung. Ah, der Zweifel muss dann zurück erobert werden. Ah, der Sau ist übrigens erfolgreich gelagert. Und die kommen helfen. Ah, die Stände haben wir schon verloren. Egal, holen wir uns wieder. Oh, gib Gas. Gib Gas, du guter Freund. Oh, nein, mein Steuertyp. Die haben meinen Steuereintreibertypen getötet. Das ist ja frech. Was war der noch? Nichts, okay. Und wir haben keinen, der so gut ist. Oh, das war schade. Aber das waren nicht nur eroberte Gebiete, oder? Ich meine Lüneburg? Lüneburg hat doch schon uns gehört. Das ist einfach nur die olle Bundteilung. So, zurückerobern, ganz fix. sieben sieben Monate Ja, ja, Magdeburg, Kiel und hier die lustige Insel, das haben wir erobert. auf ahnungslose Seelen, allzeit bereit, sie mit seinen aufdringlichen Gekreische zu überzeugen. Meine Höflinge sind erschöpft und nachdem mich Venceslav auf dem Weg zum Nachttopf in einen Hinterhalt gelockt hat, bin ich geneigt, ihre Unzufriedenheit zu teilen. Wer ist er denn? Ein Höfling, der nichts kann. Aber einen schicken Bart hat er. Also, schmeiß den Holzkopf aus meinem Hof. Von mir aus kann er den Ratten predigen, dann kerkern wir ihn ein. Macht für uns eigentlich keinen Unterschied. Aber wenn wir ihn ein kerkern, kriegen wir vielleicht noch Lösegeld. So machen wir das. Boah, neun Monate. Was? Alter, mit Onaga. Das ist eine lange Nummer hier. Ah, Kriegsgewinnler. Denn der Krieg wird ja noch mindestens neun Monate gehen. Wir machen leider Minus-Prestige, wenn unsere Truppen ausgehoben sind. Ah, da hocken sie. Und wir haben eine neue Tochter. Schade, dass uns das nichts bringt. Weil wir ja anscheinend nicht noch mehr Bündnisse machen dürfen. Oh, der Mad Schola. They say, a mad alchemist or wizard lives in Hanover. Dabbling in dangerous arcane arts, such as trying to find the potion to immortality or pillaging grace for the bodies of dead maidens, to state his unnatural desires. It is said in his hut are thousands of profane scrawls and potions. However, no such madman can be found anywhere, according to the official authorities. Aha. Okay, wir suchen nach dem Typen. Ja, Prestige oder... Nö, dann, wir nehmen das Prestige. Frömmigkeit haben wir mehr als genug. So, die belagern da unseren Verbündeten. Das ist vollkommen in Ordnung. Ein Drittel der Zeit haben wir schon rum. Er belagert hier ähnlich lange. Und ein Bauernpöbel will wieder aufbegehren. Diesmal kloppe ich den dann aber einfach weg. Keine Lust mehr auf Bauernpöbel. Und wir holen uns das Prestige auch sehr gerne. Ui, zwischen den Ständen der reisenden Händler ist das geschäftige Treiben geradezu mit den Händen zu greifen. Die behelfsmäßigen Hütten sind bis unter den Dachsparren gefüllt und enthalten allerlei Schnickschnack. Diese Stücke strahlen förmlich und würden sich als hervorragendes Geschenk dienen. Als ich an einem der Händler vorbeikomme, die Schmuck anbieten, zögere ich und beuge mich vor, um einen genaueren Blick auf die feigebotenen Stücke zu werfen. Vielleicht würde eines davon meiner geliebten Prinzessin Heleno oder auch Winke den Tag versüßen. Aber es kostet ja Geld. Nur für ein bisschen Meinung? Nö. Das Geschenk meiner Gesellschaft muss ihnen reichen. So. Soweit kommt es noch, dass ich jetzt auch noch Schmuck für die Frau kaufe, die mich gefriendzoned hat in der Hochzeitsnacht. Ich glaube, es geht. Morgen darf ich mich wenigstens auch mal so fühlen, als ob ich frei und Urlaub hätte. Morgen habe ich bei Ikea Urlaub und muss nur bei DM von 16 bis 20 Uhr arbeiten. Ist ja wie frei. Für dich auf jeden Fall, Simon. Also Englisch lesen kann Trips besser als so manches Game. Oh, danke, das ist lieb. Looks like he has quite the ability to read it flawlessly. Ja, vielleicht wäre ich Englisch-Streamer, wenn es nicht läuft. Wenn ich irgendwann, warum auch immer, weil ich irgendwas Böses mache, wofür ich gecancelt werde oder so. Nein, hör doch nicht auf. Du bist doch fast fertig belagert. Nein. Nein. Oh, er ist so doof. So, wenn ich hier alle meine Zuschauer und Follower verdienen sollte, vielleicht starte ich dann eine neue Karriere als Mr. Trips. Und niemand wird wissen, dass ich es bin. Dann streame ich nur noch auf Englisch. Ja, glaube ich. Ich meine, guck, man muss sich halt Tommy K. angucken. Der Stream ist halt Deutscher, aber streamt auf Englisch. Und der ist halt, was Paradox-Spiele angeht. Besonders was Hearts of Iron angeht, einfach ganz oben. Der hat, glaube ich, immer so 3500 Subs oder so. Keine Ahnung, wie viele Follower der hat. Und den gucke ich auch gerne. Er ist halt super unterhaltsam. Ich wollte gerade essen. Na, Pantoffel. Ich follow ja auch erst wieder bei Benandort. Am 25. ist es soweit. Wobei, 25. was ist denn das überhaupt für einen Tag? Am 25. ist, ähm, wieder Crusader Kings. Einen Tag später, am 26. Da startet dann der neue Benalort Run. Zack, da habt ihr es schon. Könnt ihr euch so vermerken. Mittwoch, der 26. Heimische Streitigkeiten. Prinzessin Helene, die sauer ist, weil ich ihr kein Schmuckstück gekauft habe, nachdem sie mich in der Hochzeitsnacht gefreintzoned hat, stürmt in mein Zimmer, wütend wie ein brodelnder Topf heißer Suppe. Die Hitze, die von ihr ausgeht, wirkt leicht einschüchternd. Das ist inakzeptabel. Die Art und Weise, wie sie... Ah! Oat Lindes ist so ein Sturkopf. Helene fuchtelt wütend mit den Armen. Könnt ihr nicht etwas tun? Es ist offensichtlich, dass etwas schiefgelaufen ist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Helene, beruhigt euch. Sprecht, äh, sprecht einfach mit ihr. Ach, da werden sie sogar Freunde. Ja, perfekt. Meine Frau und meine Konkubine werden BFFs. Das ist doch schön. Ah, der Alte war, äh, war kein richtiger Run-Feeler. Das war einfach nur zum Austesten von der Eagle Rising Mod. Denn weil ja am 25. die Vollversion geht, ist die, äh, Wahrscheinlichkeit groß, dass die Mods dann eh nicht mehr funktionieren, bis die geupdated sind. Äh, darum... Darum erstmal, äh, jetzt ein neuer Run auf der aktuellen Vollversion dann. Nach zwei Jahren Beta kommt das Spiel endlich raus. Oh, die belagern hier schon wieder. Aber ist mir scheißegal. Ich bin an eurer Hauptstadt dran. Macht doch, was ihr wollt da hinten. Ich guck grad zum Beispiel zum Einschlafen immer, ähm, die Somboid Multiplayer Streams als VOD von, ähm, auf YouTube von Tommy K. Die sorgen auch dafür, dass ich wenig schlafe. Talimund, ja. Trips einfach nachtragend ist fuck. Wegen meiner Frau, oder was? Ja, da kann man doch wohl mal... Also bitte. Ja. Ah, Pantoffel. Talimund wird ja immer im Spiel sein. Wir müssen ihn nur finden. Irgendwann finden wir Talimund wieder. Und dann kriegt er sein Kamel. Und dann tun wir so, als wäre nie was passiert. In den Krieg gerufen. Die Pommern und Großpolen gegen Pomerellen und Mazowien. Nehmen wir an. Gibt uns Prestige. Unsere, äh, Ritter werden zu Veteranen. Passt. Aber erst müssen wir hier noch diesen Polarbenkrieg fertig machen, bitte. Wie sieht denn das hier überhaupt aus? Oh! Die brauchen mich ja sogar... Ei, ei, ei. Na? Und sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. 86% nur. Oh, Berlin! Der Stamm von Berlin! Sechs Monate. Ah, na gut. Ihr habt euch den richtigen Moment ausgesucht. Jetzt, wo ich zwei Krieger an den Hacken habe. Verdammter Bauernpöbel. Tja, es ist jetzt noch mal ein halbes Jahr. Wie alt bin ich mittlerweile? Na, 36. Na gut. Elf Jahre sind vergangen seit Spielstart. Da kommen wieder welche. Bruno schon wieder? Bertrada? Was soll denn das? Na gut. Ab in den Knast, Bertrada. Günther von Arnsberg, ey. Erst schenke ich ihr hier nach der Jagd so einen guten Fuchs zum Naschen. Und dann macht ihr hier irgendwelche skandalösen Sexgeschichten da. Ja, willkommen im Kerker. Anu, haben die was vor, oder was? Der Krieg zieht sich hier ein bisschen unangenehm, möchte ich behaupten. Noch einen Monat. Ja, unsere Verbündeten, die haben ja ordentliche Probleme. Oha. Oh Gott. Dabei haben wir doch noch gar nicht angefangen, Trips. Oh, fertig belagert. Würdest du hier was ausmachen, mit hier runter zu kommen und da drauf zu hauen? Nee, komm schon her, bitte. So. Und jetzt hier rauf. So. So, komm, diesmal den König gefangen nehmen. Oh, Helene ist schwanger. Oh, die knallen da richtig weg. Und gewonnen. Der König ist gefangen genommen. Aufeinanderprallen der Kulturen. Ah, die meisten Gemeinden, die im Häuptlingstum von Kiel leben, stammen aus der Obo-Dritin-Kultur. Sie sind stolz auf ihre Tradition und es gefällt ihnen gar nicht, dass sie einem Fremden dienen müssen, wo doch mein Nachbar Oberhäuptling Wiesan ihre Kulturgeschichte teilt. Ja, gut, aber... Ich werde Ihnen zeigen, wie überlegen die Altsächsische Kultur ist. Auch lustig, dass wir sie jetzt die Altsächsische nennen. Es ist doch einfach nur die aktuell Sächsische. Es schert mich nicht, ob sie ihre seltsame Tradition behalten. Ja. Sollen sie sich nicht beschweren. Wir haben Wittenberg. Zack. Das ist die nächste heilige Stätte. Wir haben fast alle hier. Vier von fünf. Die holen wir uns als nächstes. Läuft. Aber wie sollen wir denn hier jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen? Wir könnten hier die Hauptstadt von Pommerellen vielleicht belagern oder so. Wir sind zusammen so 2000 wie fast 3000. Die Geheimnisse der Heiligen Schrift. Die Edda oder was? Mein Sohn Egbert und sein Radegrund. Aha. Haben sich eine Ausgabe der Heiligen Schrift Helden sagen aus dem Studierzimmer geschnappt und sie mit ins Spielzimmer genommen. Egbert versucht sie zu lesen, doch rasch wurde klar, dass nur die Goden ach so, dass nur die Goden die Worte darin richtig fesseln. Er scheint mit seiner derzeitigen Unvermögen die tiefere Bedeutung des Buches zu verstehen. Hä? Er scheint mit seinem derzeitigen Unvermögen die tiefere Bedeutung des Buches zu verstehen, zufrieden zu sein. Okay, ist ihm egal. Ach so, seine Schwester ist Radegrund. Er kann zufrieden sein. Nö. Ja, sei zufrieden damit, nichts zu wissen, sage ich. Sei zufrieden damit, nichts zu wissen. Der Vater des Jahres. Nein, sei doch nicht so dumm. Warte doch, bis ich da bin, du Vollhorst, Alter. Du dummer. Ja, da gehe ich jetzt bestimmt nicht mehr mit rein, dummer Trottel. Hier, nach Plock, dahin gehe ich. Plock, Plock. Alter, der Krieg ist sowas von durch. Oh, wir sind über der Domäne übrigens. Kiel? Ja, Kiel kann weg. Und zwar an Günther von Arnsberg, der im Knast sitzt. So. Mit ein bisschen Glück wird er zum mächtigen Basall und kann dann mein Ratsverwalter werden. Apropos Gefangene. Ja, für 10. für 50. Da ist er. Ah, für 5. Bedenkt bereits. Oh, für 100. Der Sohn von Typen von Meißen, Alter. Geil. Für 50. Für 5. 50. Müssen wir noch warten, müssen wir noch warten. Oh, nochmal für 100. Ach, der Typ von Wittenberg. Geil. Gib mir all die Kohle. Nochmal 100. Der Oberhäuptling von Lutizia. Und hier ist Bruno. Der kann auch wieder raus. Der hat seine 100 zusammen gespart. Money, Money. Money in the bank, ey. So, Bertrada für 50. Er für 50. Da müssen wir warten. jetzt ist sie meine Rivalin. Also unsere Beziehung mit Bertrada, die geht auch hin oder her. Erst mag sie uns, dann wird sie von unserem Rivalen verführt und mag uns nicht mehr. Dann mag sie uns wieder. Jetzt war sie für eine Weile im Knast völlig zurecht und mag uns jetzt trotzdem nicht mehr. Das ist ja frech. Eckbärd, mein Sohn oder was? Ne, das ist ein anderer Eckbärd. So. Oh, Bertrada. Ich sehe bei dir hier einen Platz im Rad, um ehrlich zu sein. Okay, wir müssen ein bisschen rumtauschen. So. Bertrada, du tauscht mit dem für mehr Geld. Zwei Diplomatie, elf Diplomatie, aber auch echt gut in Kriegsführung. Theodric ist richtig krass in Kriegsführung, der ist aber kein mächtiger Vasall. Lothar hat aber immerhin zehn in Kriegsführung, das ist auch in Ordnung. Lothar, da, so, Unwarn, hast du hier 14, hier elf, du hast nur drei, ja gut, dann bleibst du lieber da, oder was? Nicht im Rat ist Bruno, Bruno, dem ich seinen Bastard ab, äh, abadoptiert habe. Ja, sorry Bruno, äh, dich beeinflusse ich mal ein bisschen, aber im Rat, das wird jetzt leider nichts mehr mit dir. Und Bertrada, unsere Rivalin, ist unsere Verwalterin. Na, und wir belagern Block für sechs Monate. Wichiman hat 14 Kriegsführungen, aber ist der ein mächtiger Vasal? Oh, Wichiman! Aber er hat nur zwei Diplo. Ich könnte ihn wieder zum Ratspitzel machen und ihn nach Diplo Ja, 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 okay, du tauscht mit Unwarn und Wichiman, du tauscht mit Lothar. Ah, sehr gut beobachtet viele, sehr gut beobachtet. So, 11, 11, 14, 16. Ist ein solider Rat. ist ein echt solider Rat. Das feiern wir mit einem bescheidenen Fest mal. Das, obwohl es bescheiden ist, 100, oh, tot im Kindbett. Als ich die Tür zur Kammer der Niederkunft öffnet, begrüße, begrüßen mich nicht lächelnde Hebammen und ein schreiendes Kind, sondern das herzerreißende Wehklagen von Helene. Es tut mir so leid, Fürst, die Hebamme sieht mir nicht in die Augen. In ihren Armen liegt ein winziges zugedecktes Bündel. Euer Kind. Es lebt im Jenseits weiter. Oh, Helene. Schade. Aber jetzt machen wir erstmal ein Festmahl. Ne, ne, die Frau lebt noch Pantoffeln, nur das Kind nicht. Irgendjemand muss ja aufpassen. Wann, ne, komm, nervt nicht. Achso, schade. Na, da hätte ich vielleicht mal eine Frau heiraten können, die mich auch mag. Mehr als nur ein Freund. Unangenehme Gesellschaft. Es war ein so angenehmes Festmahl gewesen, doch dann tauchte sie auf. Es ist Bertrada. Oh ja, Bertrada, die Verwundete. Ist das im Kerker passiert? Mit Bruno ist die zusammen. Ja, ihr passt ja richtig gut, ey. Bertrada und Bruno. Doch dann tauchte sie auf. Kann denn nicht ein einziger Abend ohne den Gestank von Tempel Gudim Bertrada in meiner Nase vergehen? Das Schlimmste ist ihre näselnde Stimme in meinen Ohren. Als sie sich neben mich drängt. Warum die sauer töpfische Miene, wie du Kind? Wie gerne würde ich ihr doch ins Gesicht schlagen. Na, das hat ja schon jemand gemacht. Festmahl durch Rivalen ruiniert. Oh, Gesundheitsmalus. No! Fucking Bertrada, Alter. Die Schabracke muss ja überleben. Ei, der Simon, du. Da dreht er auf. Genau falsch rum. Ja, ihr seid auch keine Fans mehr von Helene, aber ich bin eine eifrige frohe Natur. Schön! Mehr Prestige durch Festmähler. Sag mal, der Typ von kleinen Polen hier, ne? Oder was belagere ich hier? Masovia? Bist du eigentlich zu Hause, mein Lieber? Ne, der ist leider in der Armee. Na, egal. Ich leiste meinen Beitrag zu diesem Krieg und belagere die Hauptstadt. Ein Festmahl in eurem Namen. Was für ein wunderbares Festmahl! Die von Häuptlingen Wichim... Oh, Wichimann wieder! Versprochenen Feierlichkeiten... Ach ja, da war ja was! Versprochenen Feierlichkeiten sind noch frisch in den Erinnerungen jener, die an diesem Tag anwesend waren. Die Teilnehmer loben mich in den höchsten Tönen. Ich fühle mich trunken vor Glück und genoss es, als die Menge mir zujubelte und mir zu Füßen lag. Mein Versprechen für Wichimann einzuhalten, sorgte auch dafür, dass alle Anwesenden sich löblich über meinen Hof äußern. Oh, ich bin mir sicher, das nächste Festmahl wird noch besser. Hofpracht, immerhin. Oh, Verbündeter tritt Krieg bei. Ändert das nochmal was? Oh, jo, wir sind plötzlich wieder in der Mehrheit. Obwohl, der nur 500 hat. Ja, die müssten es nur mal schaffen, sich hier ein bisschen bei mir zusammen zu finden. So, wo ist der denn, der neue? Ein Rana? Ah, Belagerung gewonnen, Gefangene gemacht. Wir wollen einfach nur Gefangene und damit dann Kohle fürs Lösegeld. Ob der Krieg noch gewonnen wird, ich weiß ja nicht. Ah, da ist der, da sind die. Könnt ihr bitte nicht nach da unten laufen? Ich fände es echt schön, wenn wir uns hier alle zusammentreffen könnten, bevor die mich hier gleich bekämpfen. Du gehst auch in eine ganz falsche Richtung, mein Lieber. Ah, es sind 500. die haben ein Problem damit, dass ich die Hauptstadt schlucken will. Mann, ich könnte jetzt schon Krieg gegen die Dänen führen oder so. Lasst ihr mich? Oh ne, da kommen sie. Und die machen nichts. Merkt ihr denn nix? Verwaltungsvorzug. Dort an jeder Ecke. Sieh, man hat einfach was gegen Frauen. Ich drehe auf. Hast du hier die anderen nicht gelesen? Nö, nur dich. Es war nur Simon. Ganz allein. das können wir alle bezeugen. Nein, hau doch nicht ab. Zusammen können wir das doch schaffen. Doch, du dummer Dummkopf. Dumm bist du auch noch. So, kommst du hier jetzt mit in den Kampf, bitte? Ja, nein, vielleicht. Oh, die kriege ich hier alleine. Oh, das ist nicht schlecht. Er was ist mit dir? Oh, nee, der wird hier gerade von Flünderern besiegt, oder was? Oh, Gott. Oh, eine Hochzeit bei Hofe. Nach seiner Verlobung mit Kenner hat Altfried mich gefragt, ob ich seine Hochzeit an meinem Hof ausrichten würde. Ja, klar. Eine Hochzeit wäre zweifellos eine fröhliche Angelegenheit, aber es fallen immer Kosten an und vielleicht gibt es wichtigere Angelegenheiten, um die man sich kümmern muss. Och, nö, gerade haben wir eigentlich genug Geld. Hier, mit unserem, oh, die ist richtig hübsch auch. Hier, das sind die Schlesier, ne? Ja, mit den Schlesiern. So, unser, unser Haupterbe, na klar. Altfried kann sich um seine eigene Feier kümmern. Nein, nein, eine Hochzeit bei Hofe klingt nach einer schönen Idee. 15 Gold, ja. Let's go. So, wo waren wir hier? Die Hochzeit! Wir haben uns heute hier versammelt, um die Hochzeit von Altfried und Kenna beizuwohnen. Die Worte des Priesters ertönen in der großen Halle von Hannover, die für diesen Anlass geschmackvoll eingerichtet wurde. Am Altar legen Altfried und Kenna ihr Ehegelübde ab und damit sind sie verheiratet. Ich hoffe, er hat da mehr Glück als wir. Ach ja, das ist die, die er nicht wollte, stimmt. Aber jetzt sieht er doch ganz glücklich aus. Wir reizend. So, dann ist da ja doch noch alles gut geworden. Der Empfang. Jetzt ist es Zeit für den eigentlichen Grund, genau, das hatten wir. Okay. Ihr werdet wahrscheinlich siegen. Na, wenn ihr das behauptet. Ah, unser Sohn ist jetzt unser Freund. Das ist ja schön. Es hieß, wir gewinnen das wahrscheinlich also. Und wir sind achso, weil ich eifrig froh Natur bin. empfangt zu Hause. Es geht auch nichts über eine Hochzeit. Sie erinnert uns alle an das Gute im Leben. Und die Gesellschaft ist auch nicht schlecht. Zumindest scheinen die, die in meiner Nähe sitzen, so zu denken. Ihr seid wahrlich etwas besonderes, wie du Kind, sagt Altfried, mein Sohn, zu mir. Prinzessin Helene und Herzogin Athleta nicken zustimmt mit dem Kopf. Wer ist denn Athleta? Ach, das ist die Mutter von Altfried Zene Wow. Ich tue einfach, was sich richtig anfühlt. Oh, sieht gut aus, wir gewinnen das wirklich. Aber knapp, aber wir gewinnen das. Möge Wodin ihre Verbindung segnen. Schön. Ich verliere 75 Anspannungen. Ich habe leider nicht mal welche zum verlieren. Und Bruno ist auch beeinflusst. Die Dinge stehen gut in Sachsen. Vielleicht hat sie sich in seinem Sinn gut entwickelt. Ja, hoffen wir es. Deshalb soll es zu zahlen. Er will nicht für eine Hochzeit bezahlen mit einer Frau, die er nicht will. Vielleicht drehen wir den Krieg doch noch. Aber unsere Verbündeten werden hier von Niederschlesien komplett weggemacht die ganze Zeit. Die haben aber in der Theorie doppelt so viele Truppen. Schlimm, wenn er jetzt hier die Hauptstadt zurück erobert. Aber er scheint eher zu uns zu kommen. Und Helene ist wieder schwanger. Na, hoffentlich läuft das diesmal besser als letztes Mal. hier sind die Freunde und helfen. Habt ihr Belagerungswaffen? Ne. Die hab hier nur ich. Wir können auch mal Untertan erpressen. Müssen wir aber gerade nicht. Aber lass uns doch noch mal jagen gehen. Unser Prestigedefizit ausgleichen. Zwei Monate Jagdgerüchte. Der Lärm der anderen ist in der Ferne. Als meine Konkubine Winke und ich uns an unsere Beute an pirschen. Nur die größten Füchse sind unserer würdig. Wir sind fast schon in Reichweite, als Winke mir zuflustert. Nun, da wir endlich unter uns sind, es gibt da etwas, was ich über Egbert erzählen muss. Über meinen Sohn? Nee, über meinen Ritter. Aha. Aber verliere ich Prestige? Nö. Aber 88 Anspannung. I see. Ja, das will ich natürlich wissen als paranoider Typ. Wie bitte? Erzählt mir mehr. Was hat er wohl gemacht, der Egbert? Ja, was ist denn jetzt? Erfahre ich einfach nicht. Na gut, gib mir das Prestige. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Wir sind erhaben. Nee, wir sind illuster. Wir nähern uns erhaben. Und mit erhaben können wir dann machen wir unseren Krieg. Oh. Franconia. Guck mal, Westfranken zersplittert. Ach gut. Oh Gott, die haben den Kleinen entstellt. König Clodoma, der Sohn von Karl dem Großen, verliert Land und wird entstellt. Tja. Kommt davon. Ja, oh. Thüringen? Ach, hier, yo. Oh, die können wir uns doch snacken. Herzog Adalhard, der Siebenjährige. Die Katholiken werden alle nur von Kindern regiert. 3, 2, 1 und Oberhäuptling vom Kommeret. Oh, der Krieg ist durch. Wir haben den Krieg wirklich gedreht, weil wir so krass drauf sind, Mann. Wir sind der Allerbeste. Nur 75 Ruhm. Das hätte aber ruhig mehr sein können. Aber wir haben Gefangene gemacht. Kune Gunda bringt kein Geld. Ist eine krasse Kriegsführerin, darf aber, weil sie eine Frau ist, nicht bei uns kämpfen. Häuptling Kreschlaff für 50. Der Typ aus Danz... Oh, Alter, Kresimir von Danzig. 100 Gold. Alter, wer bist du denn, dass du so viel Geld bringst? ein landloser Typ. Ganz schön reich für einen landlosen Typen. Oberhäuptling Rishesa. 50 Gold. Samboya von bla bla bla. Gib gleich 25. Hier auch nochmal. Da müssen wir aber warten, bis die anderen durch sind. Gebt mir sehr viel Geld. Wir haben fast 1000 Gold, ey. Können wir eigentlich die Wahlen für unseren Königreichstitel abschaffen? Ja, ja. Das kostet aber, glaube ich, richtig viel Prestige. Ich glaube, wenn man die Wahlen vom Heiligen Römischen Reich beenden will, kostet das 15.000 oder so. Oh. 750 nur. Wir könnten auch ein paar Kinder enterben, so ein paar Söhne. Wenzel zum Beispiel. Kostet aber immer 300 Prestige. Das ist noch zu viel für uns. Ich denke nämlich darüber nach, ob wir mit unserem Geld vielleicht noch ein paar Herzogtüme gründen. Großblott vielleicht bald. Hofhalten nochmal, Untertan erpressen. meine Herzogtümer würde ich aber sowieso behalten. Auch wenn ich die Wahl verlieren würde, weil das ja nur um das Königreich geht. Na, gucken wir mal. Wir haben gerade ja einen Moment des Friedens. Da würde ich sagen, checken wir nochmal ein bisschen alles durch. Jarl von Jaltum ist noch ein Herzogtumstitel. Kriegen wir den gratis? Nee, kostet auch 250. Nee, 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 nee. Könnte ich dann vergeben, aber so krass sind wir noch nicht. Lauter Kriege, Cieland, T-Trick können geschaffen werden. Aber das interessiert ihn nicht. Wir haben keine neuen Inventar Gegenstände, ne? Nee. Ah, wir haben drei Konkubinen und reichlich Kinder. Wir können mal wieder Hof halten. Ah, leisten wir uns mal. So. Oberhäuptling Lothar von Angria. Ah, der ist unser Ratspitzel. Kommt mit einer... Achso, ja. Ach, der will hier eine Party schmeißen. Ah, der will... Der hat gesehen, Vichy-Mann jetzt super Fame ist, weil er diese Party für 100 Gold geschmissen hat. Und das will er jetzt auch. Na gut, Lothar, dann schmeißt du auch eine Party. Mal gucken, wofür du dein Druckmittel dann ausnutzt. So, mein Basal, der Bürgermeister Petrus, nähert sich mir, die Augen zusammenkneipend, wie er es oft tut. Oh, er hat einen Klumpffuß oder was? Ah, mit dem fehlten Bein. Mein Arm. Da steht One-Handed, aber auf dem Bild ist ein Fuß. Weird. Oh, Mocker des Republikaner. Wir haben republikanische Vasallen. Okay. Das ist wichtig gleich für Skillen. Ah, mein Fürst, ich habe eine brillante Idee. Wie wäre es, wenn wir einen Jahrmarkt oder sogar ein großes Fest für das einfache Volk ausrichten, damit es einer der verschiedenen Kulturen unseres schönen Reiches ausgesetzt ist. Petrus erläutert die Idee weiter, bis er begreift, dass er gefährlich nah dran ist, es zu übertreiben. Es wird Geld kosten, doch ich bin mir sicher, dass es dabei helfen wird, ein engeres Band zwischen unseren Leuten zu schaffen. Okay, wir könnten beide Kulturen feiern. Ach, die Obriden sind das. Hm. Veranstaltet ein Spektakel in Obriten Landen, um ihnen die Altsächsische Größe zu zeigen. Kostet nur 15, Kulturakzeptanz erhöht sich um 5, aber Petrus findet das nicht geil. Aber Petrus ist nur ein blöder Bürgermeister, der interessiert mich gar nicht. Da, 15 Gold. So. Häuptling Simon von Tecklenburg und Wichimann von Altmark marschieren auf meinen Thron zu. Ihre Unzufriedenheit steht ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben. Simon ist geradezu außer sich. Na, Simon, was ist denn los da? Mein Fürst, ich trachte danach die schöne Bäuerin Arloff. Was? Ich trachte danach, schön Bäuerin Arloff zu machen. Aha, Simon will Arloff machen. Oh, aber schön ist sie wirklich. Ei, wie bei. Von ihren Tanzkünsten spricht ganz Sachsen. Wichimann fällt ihm ins Wort. Ich verhandle schon seit langem mit ihrer Familie. Diese Person da ist nichts als ein trauriger und eifersüchtiger Neidhammel. Simon wieder mit seinen Bäuerinnen. Ja, so kennt man ihn. Typisch Simon. immer hinter den Bauernfrauen. Eine Tänzerin? Ich habe keine Zeit für sowas. Hm. Also einer von beiden nimmt sie zur Konkubine. So. Gut. Wer von beiden? Ja, die mögen mich beide gleich viel. Hm, noch's Knacker. Komm, Wichimann hat so eine schöne Party für uns gemacht. Er soll die Bäuerin kriegen. So, meine Aufgaben hier sind erledigt. Und wir haben hier das Hausbanner von Koldici 0,05 Prestige. Na super. Ja, das war's mit dem Hof. Und Entscheidung. Groß Blot. Das will ich mir eigentlich aufsparen. äh, für, wenn wir, äh, ähm, unseren Krieg gegen Franken hatten. Wir könnten nochmal Untertan erpressen. Müssen wir aber nicht, wir haben genug Geld. Tja, die Jomswikinger. 300 Prestige noch. 300 Prestige noch. Sorbisch, Sorbisch-Slawische Populisten. Naja. So, haben wir wieder ein paar Gefangene. Ne, ne? Ah doch, die hier, 25. Ah, Langhäuser in Hannover sind fertig gebaut. So, was ist denn jetzt hier mit ihr? Will jetzt keiner, oder was? Achso, ne, die ist schon raus. Dann können wir mal gucken, sind hier gute Kämpfer? Eins. Der ist doch auch schon scheintot hier. Das bringt uns nichts. Zwölf? Ah, ne, reicht mir nicht. Ne, die ist weiblich. Zwei. Die können alle nicht gut kämpfen. Wie steht's mit den Hofämtern? Stahlmeister, Jägermeister, Baumeister, Seeneschall, Hofnarr, Hofmusikant, Leibwächter, Leibwächter. Ja, haben wir da wieder wen? Schlecht, ach komm. Schade, 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 schade. Ja. Unser Rad, da ist weiterhin alles super cool. Bruno ist auch cool mit uns. Kein Stress, keine Probleme, so geht das doch. Unsere Armee ist eigentlich schon immer noch zu teuer. Okay, wie viel Prestige brauchen wir für den nächsten Krieg? Gegen Vagrien. 375 Prestige brauchen wir. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine Sache mal ausbauen. Lüneburg. 375 Ja, noch was können wir nicht ausbauen, außer vielleicht etwas, das weniger Prestige kostet. Nee, kostet alles gleich. Na gut. Na gut. Gib mir! Mecklenburg. Oh, danach ist gleich auch schon Schluss hier. Wie viele Truppen hast du? 1400. Aber hier diesen lächerlichen Verbündeten. Auch mit 900. Das macht mir keine Angst. Da. Dich hole ich mir und deine Hauptstadt. Ganz easy. Oh, da ist seine Armee. Ah, das ist dieselbe, die wir schon mal hatten. Oh, nee, das ist was anderes. Allein in der Küche. Einer der Köche. Ich habe Egbert ein Kind von euch. Achso, ich habe hier Egbert. Er hatte versprochen, alle Töpfe in der Küche zu putzen, wisst ihr. Winkel holt Tiefluft. Doch stattdessen hat er wie eine kleine Ratte alle Speisen angeknabbert und ist dann auf einem Mehlsack eingeschlafen. Er hat eine ordentliche Abreibung verdient, wenn ihr mich fragt. Doch ich überlasse euch, was ihr mit ihm anstellt. Dieses Kind ist so antriebslos und lethargisch, dass man es für eine Leiche halten könnte. Er ist einfach genau das Gegenteil von seinem guten Bruder. Obwohl er auch stark ist. Mensch Egbert, nehm dir nochmal ein Beispiel an Altfried. Wirklich. Der kämpft sogar mit Schild und Rüstung und allem. Alter, der hat 19 Kampf geschickt. Der ist richtig krass. Aber er auch. Mit elf. Ach Egbert, aus dir soll doch mal ein Kämpfer aus dir werden. Ihr hättet alle Süßigkeiten essen sollen. Es ist euer Recht. Wird ja unersättlich. Brottslöffel. So. Ah, der steckt hier in der Armee drin. Dann eine Planänderung. Dann holen wir uns den Typen. Oh, aber da ist Zermürbung. Ah, kann das bitte nicht so lange dauern. Guck mal, Helene hat uns doch noch einen Sohn geschenkt. Ebert. Hallo, Ebert. Also, unsere Thronfolge, das kann wild werden. Oh, oh. Gut, den haben wir besiegt. Den besiegen wir hinterher. Bevor die kommen, hoffe ich. Ja. Ja, krass. Einfach mal zwei von den feindlichen Armeen direkt besiegt. Leider keinen großen Herrscher von denen gefangen genommen. Dann hocken wir hier jetzt sechs Monate, hoffen, dass sie nicht gebündelt ankommen. Hm. 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 Bitte nicht so lange dauern. Chaos Wut in Russ hat in letzter Zeit auch schon mal gesagt. Oh. Life of Brighton. Hallo, liebe Freunde, liebe Raider. Wie geht's? Wie steht's? Da machen wir direkt mal einen Shoutout, um zu gucken, was bei euch so schön ist. Moini. Hanno habt ihr gespielt. Ganz so krass dynamisch an, wie ich gehofft hab. Gibt sich zum Versteck der Dealer. Ja, moin. Ja, moin. Oh, ist das Cyberpunk? Ja, ne? Ich warte ja immer noch, dass ich mal eine PS5 kriege. Dann spiele ich auch Cyberpunk. Ja, nichts mit Blocken, hm? Tschüss. Rennt. Ah, Anno 1800 habt ihr gespielt. Das ist, ah, das mag ich auch richtig gerne. Richtig, richtig schönes Spiel. Und, ich glaub sogar mein Lieblings, Anno. Noch mehr als 1404. Ich bin halt echt ein, einfach ein geiler Typ so. Die Leute lieben mich alle. Ja. Wenn ihr hier hingeraidet habt, liebe Life of Brian, äh, Raider, dann habt ihr ja wahrscheinlich ein, okay, das ging einfach. Hab dann Erben geschnappt. Äh, ein gesteigertes Interesse an Crusader Kings 3. So, da ist er. Und ihr seht, er hat halt wirklich keinen Bock gestreichelt zu werden. So, wie ihr seht, die Karte sieht ein bisschen exotisch aus. Das liegt daran, dass wir in unserem Run mit, ah, in Zika 3 hab ich auch einige hundert Stunden. Ja, das, äh, die hat man aber auch schnell zusammen bei Zika 3. Wirklich, so ein richtiges Suchtspiel. Genau, wie ich's mag. Äh, wieso spielst du das eigentlich nicht mal im Streamen, Trips Line? Ja, wann, Simon, wann, ne? Die Zeit. Äh, wir spielen mit super vielen Mods und die wichtigste Mod ist, äh, More Bookmarks Plus. Die gibt nämlich, äh, vor allem eins und zwar ein riesen Haufen neue Startdaten und wir haben, äh, wann haben wir angefangen? Warte, wir sind jetzt, vor 14 Jahren haben wir angefangen. Äh, 769, also nochmal 100 Jahre vor dem eigentlichen ersten Startdatum und wir spielen als Herzog Widukind und unsere Mission ist es, äh, den Katholizismus in Europa aufzuhalten, bevor er wirklich Fuß fasst, eigentlich war unser Ziel, äh, Karl den Großen zu besiegen, aber der ist tatsächlich schon tot. Karl der Große ist mit 32 unter mysteriösen Umständen gestorben und, äh, sein Sohn hat dann übernommen und der hat einen Großteil von Westfranken verloren und ist entstellt. Also das Schicksal hat uns diese Aufgabe ein bisschen abgenommen, ehrlich gesagt. Ja, und wir als Herzog Widukind wollen unser schönes Sachsen ein bisschen ausbreiten. Wir machen uns nämlich schön stark, um danach gegen, gegen das Frankenreich vorzugehen. Die sind zum Glück alle ordentlich schön am Zersplittern, aber im Long Run wird das Ziel sein, Banken einnehmen, Bayern einnehmen, die Lombardei einnehmen und das Pontifikat vernichten, bevor die Katholiken wirklich anfangen können, in Europa zu missionieren. Zumindest musst du nicht mehr Westfranzien angreifen, nur noch Franken und Thüringen, ja. Und hier ist, hier ist es auch schon wieder überall am blinken. Ja, wir haben gerade den nächsten Krieg gewonnen. Jo, die Lombardei, die, die macht hier einen auf Rom. Ah, dann werden die sich irgendwann mit Byzanz kloppen müssen. Viel Spaß dabei. So, wir sind wieder über unserer Domäne. Das heißt, wir geben hier was ab. Schwerin zum Beispiel, obwohl da ist schon was gebaut. Das wollen wir ja eigentlich vielleicht ganz gerne behalten. Wittenberg ist eine heilige Städte. Magdeburg hat drei Bauplätze. Hm. Tja, was? Na gut, dann geben wir Schwerin ab. Nachbieterische Stärke. Ne, die mögen uns alle. Dann geben wir das irgendjemand, der gut mit Geld kann. Aber nicht Bertrada, die ist eine gehzornige, böse Frau. Hesso Hessing. So. Du hast einen krassen Namen. Und jetzt bist du Hesso von Schwerin. Sehr schön. Und dann würde ich Magdeburg nochmal abgeben. Ebenfalls an jemand, der mit Geld umgehen kann. Wie wär's mit Dedo? Bitte sehr Dedo. Wir... Ah, wir haben... Wir sind wieder low auf Prestige, leider. Die haben nur noch Lübeck. Als nächstes wäre Jeland wieder dran. Und bei Jeland haben wir ja gesagt, wir wollen diesen gemoddeten Kriegsgrund ausprobieren. Hier. Permanent Tributary. Wir brauchen dafür 300 Prestige. Kriegen wir zusammen. Ist halt einfach nur einmal jagen und einmal ein Festmahl geben. Ja. Dann würde ich sagen, lassen wir es jetzt erstmal wieder ein bisschen lauten. Untertan erpressen brauchen wir nicht. Lösegelder. 25. Jetzt liest doch mal den Chat. Ah ja, mit Böhm, ne? Ah, die wollen ja immer nicht, weil ich schon zu viele Bündnisse habe. Ah, vielleicht hat sich da jetzt was geändert, wo ich so stark bin. Vielleicht sagen die sich jetzt doch... Ah, ja. Vielleicht wäre ich doch ganz gern auf seiner Seite. So. Ah, die haben immer noch ihren Krieg. Stimmt. Wir wollten den Krieg abwarten. So, Pommern haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite. Hier mit denen. Mit denen waren wir auch mal verbündet. So. Habe ich eine freie Tochter. Yo. Rote Lindes. Zack. Ah, wird nicht annehmen. Warum? Habt schon zu viele Bündnisse. Na, dann halt nicht. Unsere Truppen müssen nicht erstmal regenerieren. Ah, wir gehen auf die 4000 Truppen zu. Augenkontakt vermeiden. Theodric war dumm genug, zu lange in die Sonne zu starren. Och, was? Und das, nachdem wir ihn mehrfach davor gewarnt hatten. Mein Ritter Theodric. Er so, aah! 18 Kampf geschickt, 21 Kriegsführung, ein Berserker Veteran, besiegt, weil er zu lange in die Sonne geguckt hat. Achso, manche Leute. Oha, permanente Sonnenschäden an den Augen. Theodric, was, warum? Komm, bitte nur den winzigen Gesundheitsmalus. Oh, permanente Schäden. Minus zwei Kampfgeschick. Der blinde Berserker, ey. So ein richtiger Talimund, ja, du sagst das viele. Stimmt, wir müssen Jeland erst Roskilde abnehmen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich war schon wieder einen Schritt weit zu vorn, äh, Schritt zu weit vorne. Hier. Sjeland will ich. Das ist sogar nur eine Grafschaft, ne? Ja. Das ist ja genau dasselbe hier. Ja, dann nehmen wir natürlich das günstigere. Boah, 1000 Gold. Letztlich ist er mir sympathisch, der Talimund. Ja, ja, ja. Ja. Ah, wir, wir warten noch auf unsere Truppen. Nicht, nicht überstürzen. Wir machen 2,9 Prestige, 3,5 Gold. Geld. Wie wäre es, wenn jetzt einer vorbeikommt, der, äh, der irgendwie eine Inspiration haben will? Kann ich mir da nicht einen, hier, Artefakt in Auftrag geben? Einen Erzzeugwart brauchen wir dafür. Aha, wie viel kostet der mich? Hä? 0,04. Ja, na gut, haben wir einen guten. Durchschnittlich Norbert. Norbert. Gut, herzlich Glückwunsch, du hast einen Job. Dann möchte ich bitte ein Artefakt in Auftrag geben für 100 Gold. Eine Krone vielleicht. Hoffen wir, dass was Gutes dabei rauskommt. Ist zumindest inspiriert. Oh, hoffentlich war das jetzt nicht verschwendet. Hoffentlich kommt ihr nicht mit irgendeinem billigen Gerümpel. Nice, ey. Gleich gucken wir auch mal, ob wir mittlerweile Plus-Prestige machen, wenn unsere Armeen ausgehoben sind. Das ist immer so ein Punkt, den ich gerne erreichen will. Auch im Krieg überall Plus machen. Oh, Bruno beeinflusst. Wir könnten... Oh. Äh, was? An den zimperlichen Videokind? Achso, ach, der Umwand hat uns schon wieder blamiert. das können wir machen. Hier, dafür gibt's Prestige. Hier für Hofpracht. Hier Komplotte. Hier irgendwelche Gästesachen. Aber hier, die Mode, die gibt Prestige. kostet 0,4 im Monat. Also, die Kosten verdoppeln sich quasi, oder was? Mode des letzten Jahrhunderts. Hier, überholte Mode. Monatliches Prestige plus 2%. Hofpracht plus 4%. Und für Hoflinge und Gäste auch 0,2 Prestige. Anwenden. 4 achten drauf. Okay, 0,1 mehr. Das hat sich ja kaum gelohnt. So, was macht mein Typ hier? Armee organisieren. Steinmetz Angelegenheiten. Du machst erst noch Befehlshaber ausbilden. So. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Dannenberg niedergelassen. Motivierte Handwerker in meinen persönlichen Dienst zu haben, könnte die Region erblühen lassen. Ich werde eine Vereinbarung mit dem Zunftmeister der Steinmetze treffen. 75 Prestige, minus 50 Gold, aber wir haben viel Gold. Gebäudebaukosten reduziert, das würde uns sehr helfen. Wir können Bertrada das machen lassen. Die mögen wir zwar nicht, aber da haben wir eine höhere Chance darauf, dass wir nur 50 bezahlen müssen. Na gut, Bertrada sei einmal Tempel Tempel Gullim Bertrada kehrt mit einem Angebot der Steinmetze zu mir zurück. Ich habe mir ihre Unterlagen angesehen. Ich glaube nicht, dass wir eine bessere Vereinbarung bekommen werden. Okay, das sind die 50 Gold. Aber kein Prestige oder was? Ach, sie hat jetzt das Prestige bekommen wahrscheinlich. Na gut, zum Gebäude bauen. Ah, was? Eben waren das doch noch 3700. Echt? So, mag uns Bruno jetzt mittlerweile? Oh ja, sehr. Vielleicht versuchen wir es dann doch nochmal mit Anglisch lernen. Ah, was hast du denn auf dem Kopf? Ihhh, katholisch! Nein, raus! Ah, beide. Beide. Für 50 Gold, ja. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Aktion hat sich aufgelöst und am Hof ist was los. Paria bei Hofe. Man urteilt streng über mich, weil ich Seewald meine Gastfreundschaft gewähre. Wer als Verbrecher gilt und wird aufgrund seines üblen Glaubens von den allermeisten gemieden. Dass ich jemanden, der als Verbrecher betrachtet wird, nicht verurteile, sondern sogar weiter in meiner Nähe dulde, wird als offene Toleranz ausgelegt, was die Älteste und die Ältesten und Gläubigen meinen Hof kritischer sehen lässt. Die zwingen mich zum Handeln. Ich muss nun entscheiden, was wichtiger für mich ist, die Verbrechen, die mein Hüffling begangen hat, oder meine Zuneigung für ihn. Jedenfalls muss etwas geschehen. Sind Hüfflinge wirklich so schwer zu ersetzen? Das ist der Typ, den ich gerade für 50 eingestellt habe. Seid ihr dumm? Der hat mich 50 Gold gekostet. Ihr müsst bereuen, Seewald. Ich kriege 100 Frömmigkeit. Seewald und seine enge Verwandtschaft konvertieren. Ach, zum Paganismus. Varen kriegt zehn Meinungen und es gibt keinen Nachteil. Ja, schön. Oh, hier, stimmt. Der wollte ein Schwert für mich schmieden. sehr geübt in seiner Kunst. Für 50 Gold nochmal. Alles klar. Ein Dolch? Oh, Dolch oder Schwert? Ich will keinen dummen Dolch. Axthammer Streitkolben. Schwer. Schwert ist halt geil, aber es kann halt genauso gut auch ein Dolch werden. Das ist natürlich eine Axt Hammer Streitkolben. Ich würde hier mit gehen. Ja. So. Jetzt hören wir aber auf Geld auszugeben. Nee, jetzt ist er doch nicht mehr der Tutor. Warum nicht? Aber er bringt es mir immer noch bei. Okay, ist in Ordnung. Der Dolch ist völlig unterschätzt. Na ja. Ich weiß ja nicht. So ein kleines Buttermesser hier. Sich damit aufs Schlachtfeld stellen. Inspiration ein denkwürdiger Vasall. Häuptling Unwahn und Oberflin Lothar gehören zu den stärksten Vasallen meines Reichs. Ich weiß nie, wie man sie so zufrieden stellen kann, dass sie nicht für Ärger sorgen. Vielleicht bewirken ja Schmeicheleien etwas. Wer würde sich nicht freuen, wenn etwas im eigenen Namen erschaffen wird. Ich lasse genau das richtige erschaffen. Mein Bürgermeister Vratislav sollte Bescheid bekommen, dass sein Meisterwerk meinen vertrauenswürdigsten Vasallen und Beratern gewidmet werden soll. Andererseits ist es aber mein Artefakt. Von daher sollte ich vielleicht einfach ja ja nein nein das ist meins. Oh Spracherwerb Übersetzungsfeller Mein Alchemist griff nach einigen Schachfiguren in Falkenform. Während der Diener verängstigt zusah Ehe, plötzlich werde ich von einem wütenden Seewald unterbrochen. Habt ihr gerade meinen geliebten Vater Narre genannt und sie als Unzüchtiger beschrieben? Er schreit weiter. Ich verlange wieder Gutmachung für diese schwere Beleidigung. Vielleicht benötigt mein Anglisch doch noch etwas mehr Übung. Sag mal, bist du irgendwie bescheuert? Was nimmt er sich raus? Es tut mir furchtbar leid, ich hoffe, das reicht. Ich gebe dem doch nichts. Ich übe gerade mein Anglisch, ich habe mich falsch ausgedrückt. Aber bitte. So. Du wärst aber auf meine Zu-Töten-Liste gekommen, wenn du jetzt mit meinen 50 Gold abgehauen wärst. Echt. Jetzt liest auch mal den Chat. Wir mussten zehn Jahre darauf warten, bis wir das machen konnten. Vielleicht geht das jetzt ja. Hier ist das, ne? Darf ich jetzt? Ne. Alter, wie viel Alter, so viel Prestige. Zehn Mal so viel wie ich hab brauchen wir. Ne, danke, ey. So reich sind wir dann leider nicht. Und wieso füllten sich das hier so langsam auf? für Helene, ja mit Sicherheit. Ja klar. Braucht keine Widmung. Wir brauchen aber das Prestige. Jo, Großblatt geht wieder. Inspiration, höchste Qualität. Mein Fürst, seht euch dieses Metall an. Eine solch feine Qualität habe ich noch nie zuvor gesehen. Vratislav löst sich aus unserer Prozession über den Markt und ganz extatisch über seinen Fund den Händler anzusprechen, der das verkauft, was er begehrt. Hiermit würde mein Vorhaben in ganz neue Höhen vorstoßen. Ich könnte etwas wahrhaftig Wunderbares erschaffen. Bitte, mein Prinz, macht mir dieses Geschenk. Nochmal 50. Höhere Qualität. Da muss das aber auch gut werden. Da muss das aber auch gut werden. Und die Geheimnisse der Heiligen Schrift. Eckbert schon wieder, der faule Eckbert und seine Schwester Ottil... Achso, das hatten wir auch schon. Aber das ist wieder was anderes hier. Sie haben sich wieder die Heldensagen geschnappt. Sie haben Stunden mit dem Versuch verbracht, zu verstehen, was auf den Seiten steht. Sie sprachen über höhere Wesen, Wodin, und viele Mysterien des Göttlichen. Eckbert scheint einen tiefen Respekt für die Worte des Paganismus, Pagan-Glaubens entwickelt zu haben. Aha, er wird demütig oder zynisch. Nö. Ja, wird ruhig demütig. Wir wollen ja Wodin nicht erzüren. Ja, komm, das reicht dir so langsam, oder? Der hat auch einen anderen Krieg am Laufen. Oh Gott, sie will wieder irgendeine Inspiration, meine Güte. Ah, sie will meine Insignien kaputt machen. Bist du doof? Nein. So. Es ist Zeit. Oh, seine Frau ist im Knast auch mein lieber Freund. Cieland. Cieland. Glück. Und Heiderbier. Heiderbier soll es sein. Hier startet der Krieg um unser zweites äh, unsere zweite heilige Stätte. Oh, die Krone ist richtig blöd geworden. Eine schicke Krone von guter Qualität. Die Krone wurde aus Silber gefertigt und mit kleinen Kanjolstücken besetzt. Das war 100 Gold nicht wert. Na, immerhin 0,12 Prestige. Was soll's? Meh. Äh, Ausrufezeichen Leaderboard Jugenos. Das müsste, glaube ich, funktionieren. Oh, Points. Nee, Points funktioniert. 8.260. Platz 88. Sehr gut, Jugenos. In den Top 100. Ja, wird maßvoll. Das sind die Kinder aus der dritten Reihe, die interessieren mich nicht. Und Helene ist schon wieder schwanger. Alter, wie viele Kinder soll ich noch haben? Das hört ja gar nicht mehr auf. Inspiration, ein weiterer Kenner. Mein Basal Udo spricht mich an. Seid mir gegrüßt, Lezer. Ich habe gehört, der Waffenschmied Wratislaw steht unter eurem Patronat. Man sagt, er würde sich an einem Werk versuchen, wie es sich ein Prinz nur wünschen kann. Ja, hoffentlich. Bitte nehmt dies und gebt es ihm. Ich will mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Schaffung eines Meisterwerks zu unterstützen. Der arme Udo muss mehr Geld haben, als dass er noch wüsste, was er damit anfangen soll. Okay, ich kann es selbst einstecken. Nö, hier 15 an Bratislav. Leicht höhere Qualität. Wenigstens wird das keine Enttäuschung. So. Worum geht es eigentlich in seinem anderen Krieg? Nicht, dass die jetzt auch Sieland wollen. Nee, die wollen Skorne, das ist in Ordnung. Und hier, die wollen auch Skorne, okay. Zwei Leute wollen hier Skorne haben, ist mir völlig egal. Hauptsache, ihr kloppt euch hier gegenseitig runter. So. Dann machen wir hier unseren Weg nach Sieland und zack. Oh, da ist die Watchtime. Das ist immer spannend. Simon hat eine Watchtime von 10 Tagen 22 Stunden. Viele hat 11 Tage und 10 Stunden. Nur knapp vorne. Oh, die nächste ist schwanger geworden. Pantoffel auch schon 6 Tage. Krass. und Jürgenos zwei Tage, ah, fast drei Tage. Commander Root einfach auf Platz 4. Eine Tochter wird erwachsen. Ja, das ist ja schön. So, worum kämpfen die hier eigentlich? Hochbarkeit plus 10, Lebenswandelerfahrung plus 15 Prozent im Monat. Das ist krass. Belage umgewonnen. Oh, jo. Streit Axt von Prinz Widokind. Eine Streit Axt von ausgezeichneter Qualität. Der schmiede eiserne Kopf ist auf einem eleganten Schaft aus Eschenholz befestigt. Der mit dem sich wiederholendem Bild von Rosenblüten bemalt wurde. Oh, schön. Kampfgeschick plus 5. Ritter Effektivität plus 6. Sehr gut. Du bist nicht enttäuschend gewesen. Außerdem hier wir haben ja gesehen wir haben einen einzigen republikanischen Vasallen der bezahlt ab jetzt 15 Prozent mehr Steuern. Einfach weil er republikanisch ist. Zack. Ja. Das ist auch schön. Bitte mehr so gute Schmiede. So. Nächste Belagerung Riebe. Wir haben schon 10 Prozent. 100 Prozent. Tja. Jeland darf sich jetzt mal schön entscheiden. Ob sie Sjeland oder Skorne behalten wollen. Aber wahrscheinlich konzentrieren die sich auf Skorne, weil die wissen, dass sie keine Chance gegen uns haben. Dafür sind wir zu krass. Leider machen wir immer noch 0,8 Minus. Oh, die nächste Inspiration wäre diesmal. Ah, eine Waffe haben wir schon. Bisina, du bist zu spät. Wir haben schon eine Axt. Wir werden überfallen. Dreist. Aber wir sind hier schon, also man, wir stechen schon ein bisschen raus mit unserer Größe. So, vor Bayern oder den Pro Laben und so müssen wir uns nicht verstecken. Hoga, noch ein Sohn. Langsam wird es schwierig mit den ganzen Söhnen. Ich glaube, Simon holt auf. Oha, viele. Musste aufpassen. Oh, Followage. Simon folgt seit einem halben Jahr, einem Tag und fünf Stunden. Fast exakt ein halbes Jahr, jo. Nächste Belagerung gewonnen. Mit den wollen wir es nicht einlassen. Wir gehen direkt hier nach Finn. So, Kliemann Island. Jürgenos folgt seit sieben Monaten. Oha, das wusste ich gar nicht. Guck mal, Simon, Jürgenos folgt schon einen Monat länger als du. Oh, wieder ein Tod im Kindbett. Und Lindes diesmal. Oh, was, sie ist auch gestorben? Oh. Okay, diesmal umgedreht. Diesmal hat das Kind überlebt und die Frau ist gestorben. Und da kriegen wir eine Anspannungsstufe. Na, oh, 132 alt, hab ich so verrückt. Aber ich bin ja schon einsiederisch. Zack. Boah, aber das war viel Prestige, leider. Na gut. Na gut. Äh, belagerst du vielleicht? Ach so, das gehört schon. Hä? hat das ein Basal von mir erobert? Seit wann habe ich denn Finn? Aber ich beschwere mich natürlich nicht. Nehme ich gerne an. Du hast das erobert, oder was? Timmeke von Finn? Alter, cool. Das merke ich mir. Der kriegt gleich was von uns. Oh, Plünderung von Hamburg. diese lästigen Wilden. Was fällt ihnen ein? Oh, Nanu. Ne, ne. Wartet mal schön. Ist da vielleicht sogar euer König mit drin? Oh, Baby. Auf Wiedersehen. Direkt gefangen nehmen, bitte. Gib ihn mir. Da ist er. Da, der Jarl. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Oh, Mann. Schade. Na gut. Ich dachte, den Krieg können wir wieder schön schnell beenden. Oh, oh, so, das ist alles ganz gut. Wenn wir Roskilde haben, dann haben wir unsere quasi Kleinkriege geführt für unsere Heiligtümer und beim nächsten Mal werden wir die Polaben unterwerfen, hier diese Tributgeschichte machen und dann holen wir uns von Westfranken ein ganzes Königreich. Also die nächste Session nächsten Dienstag Ja. Da kommen dann die großen Kriege, die spannenden Sachen. Nicht der Timicke von Finn, sondern sein Lehnzehr. Achso, ist der nun Vasall? Lothar! Lothar von Angria! Oh, der ist schon ein kampferprobter Veteran, der ist Stufe 2 Veteran. Hat 10 Schlachten gewonnen. Plus 2 Kriegsführung, plus 3 Kampfgeschick. Nice. Oh, Lothar, der ist einer der Besten. Ich hoffe, seine Kinder werden auch so gut, dann wird das noch, da werden wir noch viel Spaß haben mit dieser, seiner Erblinie. Die werden wir uns schön nah halten. Zack, direkt auf 64. Na gut, wir müssen hier erst vor Basse. Ich bin schon gespannt, was dann beim nächsten Mal schief geht. Gar nichts. Wenn man nie da ist, bringt das beste Follow nichts. Ja gut, das stimmt natürlich. Aber das ist ja überall so. Bei jedem. Ich glaube, du kannst froh sein, wenn irgendwie so 0,01% deiner Follower regelmäßig zugucken oder so. Oh, eine Brücke ist in Dittmar schon zusammengebrochen. 100 Gold. 50 Gold für 25 Prestige, das ist aber kein guter Deal, wenn man ehrlich ist. Das war aber kein guter Deal, wenn man ehrlich ist. Jetzt belagern die hier. Da müssen wir die jetzt wegkloppen, oder was? Ich meine, ich würde es machen, aber lieber wäre mir, wenn es ohne geht. Hier, die wollen, obwohl, nein, wir lassen die das belagern, dann haben die gewonnen. Dann haben die Skorne. So, danach hole ich es mir dann einfach nochmal. Das ist schon in Ordnung. Nee, wir sind wieder assi zu Leuten, die extra unsere Sprache lernen. Das tut mir immer ein bisschen weh, das mache ich nicht gerne. aufeinander prallen der Kulturen. Das hatten wir auch schon. Nein, nein, Altsachsen sind die besten. Verstehst du das? Oh, die Kultur in Mecklenburg hat zu Altsächsisch gewechselt. Geilo. Geilo. So, die haben hier den Krieg gegen Ach, Götland. Guck mal, mit denen waren wir doch mal verbündet. Aber nicht mehr. Hast du es dir vielleicht anders überlegt? Hier. Minus acht. Ich hoffe, das war es wert. Ja, so, da sind wir wieder mit den verbündet. Verwechselte. 37 Gold kann man mal machen. Und wir holen uns jetzt hier die Hauptstadt und dann gehört Sieland auch uns. Dann haben wir denen hier ihre ganzen Inseln da weggesnackt einfach mit der Hilfe vom Häuptling von Angria Zuhause gefangen. In meinem Traum lebe ich in einem großen Herrenhaus von unvergleichlicher Schönheit. Das Haus ist so gewaltig, dass es mit weltlichen Mitteln nicht hätte erbaut werden können. Es ist eine wunderschöne Residenz, in der ich alle Annehmlichkeiten habe. Essen, Trinken, Unterhaltung nach Lust und Laune und alle möglichen mechanischen und magischen Vorrichtungen. Und doch bin ich hier gefangen. Jedes Mal, wenn ich versuche zu fliehen, komme ich irgendwie zurück. Nur Narren nehmen die Geschenke, die man ihnen macht, als selbstverständlich. Frömmigkeit. Ne, wir brauchen hier gegen Anspannung. Hat jetzt nicht viel gebracht, aber ein bisschen. Dänemark gegründet. Ja, aber euer Mittelteil fehlt euch. Das hier ist wahrscheinlich auch bald weg. Aber ihr werdet bald meine Tributtypen sein. Außer wenn ihr dann nicht mehr genug Gold macht, dass es sich nicht mehr lohnt. Dann müssen wir mal gucken. Aber ich will diesen Tribut Kriegsgrund auch einfach gerne ausprobieren. Darum werden wir das so oder so machen. Oh, da hat er aufgegeben. Geben sie mir Roskilde. Und wir haben alle unsere eiligen Städten. Geilo. Alles unsers. Schönes großes Sachsen. Das nächste, was wir dann machen werden. Guck mal, das könnten wir sogar tatsächlich schon wieder. Ist hier. unterwerfen. 700 Oh, alter Schwede. 750 Prestige. Da müssen wir Prestige farmen. Wie machen wir das denn? Am besten einfach immer fest mal geben. Ja, machen wir jetzt direkt. Zack. Ob man dann auch einen Anteil von der Beute von Raubzügen bekommt. Ich glaube nur Steuereinnahmen. Wenn fremde Sächse sprechen, klingt das immer so weird. So, komm, wir machen jetzt Party. Weil ich da ist die ganze Anspannung weg durch die Party. Lothar wird mein Freund. Ja, Lothar von Angria, der geile Typ, der hier alles erobert, ist jetzt mein Freund. Ja, Lothar, nicer Lothar, bester Lothar. Lohnt der Angst pro Schrecken? Schrecken haben wir leider nicht viel. Vielleicht müssen wir mal irgendwen hinrichten. Roskilde behalten wir natürlich. Mecklenburg. Ja, komm, Mecklenburg weg. Und zwar, na, wem könnten wir das wohl geben? Lothar, mein bester Freund. Du kriegst von mir Mecklenburg. Einfach so, einfach weil du so ein nicer Typ bist. Was wollte eben wollte ich doch gerade irgendwas machen. Weiß ich nicht mehr. Ne, vergessen. Ah, fest mal, eine Freundschaft. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Oberhäuptling Lothar nicht geht, ohne mir lebt wohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Eine für wahr hervorragende Person. 480 Prestige. Wir könnten noch mal pilgern gehen. Und die bösartige Bertrada will Frieden schließen. Sehr gut. Hm, pilgern. Aber wofür? Jetzt lies doch mal den Chat. ja, vielleicht haben wir Grafschaften, die wir gründen können. Herzogtümer weiß ich ja nicht mit unserer kaputten Erbfolge da. Ich will gerne die Jumswikinger. Aber wir könnten halt auch erst unsere Religion reformieren. Aber eigentlich ist das nur teuer. Eigentlich ist es nur teuer und bringt uns nicht viel. Na, nur Herzogtümer. Ja, die bekommen halt alle nur eine Sache. Ich bin halt echt einfach ein geiler Typ. Die Leute lieben mich alle. Hier so fünf Häuptlingstümer, die kriegen wir zurück erobert, wenn es sein muss. Aber wenn ich jetzt noch ein Herzogtum hole, das dann einer davon hat. Nee, nee. Na, wie viel wird das denn bringen? Aber 300 Prestige, das würde halt schon reichen. Ich muss es ja nicht halten, ich kann es ja weggeben. Ja, ich kann es ja einfach wem anders geben und nicht einem meiner Kinder. Habe ich Lothar nicht eben Mecklenburg gegeben? Lothar ja, guck mal. Lothar, du wirst Herzog von Mecklenburg. Zack. Wir geben an den guten Lothar. Lothar von Angria und Mecklenburg. Bitte sehr. Oh, wie sehr er mich liebt. Wie Respekt minus acht, was? Das haben wir nicht gesehen. So. Großblatt, Pilger, Untertanerpressen, nö, nö, nö. Unsere größte Konkurrenz hier, 2200 Truppen, wird unterworfen. Alles, was wir machen müssen, ist warten, bis unsere Truppen voll sind und dann können wir das nächstes Mal machen. Zur Feier des Tages geben wir dann noch einen Großblatt. Herr Pilger, weiß ich nicht, Untertanen, hoffen wir, dass wir das mit den Höflingen kriegen. Ja, Höflinge, sehr gut. War es nur 75? Na gut. Und ich wollte gucken, ob wir noch wen hinrichten können oder ob wir dann Tyrannei aber gut in Kriegsführung. Komischer Name. Möchtest du germanisch, ja, ja. Möchtest du vielleicht an meinen Hof kommen? Keiner bringt hier Kohle. Ach, das ist ja hier auch. Mein lieber Mann, 23. ist zwar steinalt, der Gute, aber das macht ja nichts. Und da ist das fest mal in meinem Namen. Zack. Er ist im Club und er ebenfalls. Und dann gucken wir mal. Die haben hier auf jeden Fall keine Katholiken. Ah, weil ich zufrieden bin, kriege ich Anspannung. Aber es ist auch ein Kind. Was ist bei ihm hier? Auch, ja. Ja, wir sind keine Asatruh. Wir kriegen keine Frömmigkeit dadurch, leider. Nirgends kannst du so gut Frömmigkeit farmen wie als Asatruh. Tja. Spiel speichern. Spannung. dummes so. Speichern. Und zum desktop das war doch aber das ist auch richtig schön gestern neuer sombert run angefangen war super cool heute neuer ck3 run angefangen super cool freitag kommt game of gods dafür können wir jetzt eigentlich schon mal vorsorgen er hält sie jetzt an oder hält sie jetzt an naja so damit wir es beim nächsten bei am freitag dann nicht vergessen play sets auf initial wo alles deaktiviert ist nicht vergessen zu aktivieren und auf die kessel version runter patchen so dann ist für freitag alles vorbereitet und ich weiß was ihr gleich sagen werdet aber ich habe keine zeit zu marbeln heute leider weiter können wir auf jeden fall marbeln weil es ja nur bis 0 uhr geht mit game of gods heute habe ich tatsächlich noch ein paar sachen die erledigt werden müssen daher liebe freunde geht es hier auf den schwarzen bildschirm aber keine sorge das hat seinen sinn und zweck denn wir holen uns die live actions und sagen ja viele ich weiß aber freitag können wir wieder richtig viel marbeln vielleicht sogar bis einer drei siege hat auch menno hier die kredite wir bedanken uns wie immer zu allererst bei unserem moderator dem stream elements chatbot danke dass uns mit deiner chättigen bottigkeit so stream elementar moderierst und danke für das resub von viele und das resub vom phantom auf twitch danke 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 er guckt bestimmt wieder diese video dies naja ich muss noch sachen für youtube schneiden und sachen für freitag vorbereiten und sport auch noch und was essen die zunde die min böse katze ich weiß ihr habt euch auf marbles gefreut aber als ausgleich verspreche ich jetzt und da könnt ihr mich freitag darauf festnageln freitag marbeln wir bis einer drei siege hat egal wie lange es dauert ist das ein deal heute nicht dafür freitag extra lange marbeln das ist doch fair oder was dann gibt es noch mal ein shoutout zu live of brian für einen sehr großen raid mit 22 leuten mhm oh lol pet fast die pet pet ist ein großer affe mit enormen kräften seine einzigartige größe und seine stärke sind ein großer gewinn im kampf gegen die bloons muss man wohl dabei gewesen sein da wir müssen den raiden und wenn wir schon den raiden ihr hattet so viel lust auf marbles kommt dann gucken wir mal wie in den marbel streamer raiden können aha eine marbel streamer rinnen mit pinken haaren twinkie tricks und auch noch auf deutsch ja ich glaube ich auch irgendein user oder community mitglied irgendwie sowas so spooktober tag 7 ich freue mich auf euch guck mal das klingt auch gut die haben auch bt tv emotes oh ordentlich viele follower ja obwohl mittlerweile sind wir ja selbst gar nicht mehr so klein was follower angeht ne trotzdem fast doppelt so viele so egal da ist sie twinkie twigs nächste runde nächste runde bist du dabei guck mal da kriegt ihr heute doch noch eure marbelung so wir gehen hierhin auf den endbildschirm und wir starten unsere gute nacht verabschiedungsmusik hier ist sie wir sagen wir sagen slash rate achso nicht twinkie twigs twini twigs twini ohne strich twigs jo tschüss jürgenos und nicht vergessen wenn ihr die seite nochmal schnell neu ladet werdet ihr auf jeden fall mit geradet ansonsten gibt es die chance was dass ihr nicht mitgenommen werdet das ist leider so bei twitch aktuell 16 von 19 17 von 19 zwei werden nicht mitgenommen vielleicht seid ihr das lieber nochmal neu laden und ich sage euch auf wiedersehen ich wünsche euch eine gute nacht auch dir viele gute nacht kommt gut in den schlaf träumt was schönes wacht morgen erholt auf und erfüllt alle ziele die ihr euch gesetzt habt ich werde morgen mich vielleicht um den zweiten youtube kanal kümmern und freitag sehen wir uns wieder ab 18 uhr so früh ja ab 18 uhr für game of gods ca 3 mit 40 anderen leuten im multiplayer organisiert von gaius julius caesar der steppenbund muss sich wieder aufbauen wir haben an macht verloren und an kraft samstag gibt es gothic phone und sonntag somboid viel spaß mit weenie twix und marvel man muss sich ja auch jede ecke auf der map genau anrufen ja ja du musst dich auch analysieren ach danke für den raid danke für den raid einfach doppel raid nicht abkratzen nicht abkratzen abgemurmelt so habt ihr auch gemurmelt oh mein gott ein doppel raid was ist hier los was ist hier los Leute wir haben 3 Uhr morgens was ist hier los und herz trips dankeschön für deinen raid dankeschön doppel raid tripsiger raid oder so ja wir haben schon wieder die nachricht vergessen scheiße raid oder so ja ja pantoffel hey hallo dark lady hallo los wo ist pantoffel wo ist pantoffel dankeschön vielen vielen dank wo wo ist er was muss ich erstmal gucken was hat denn hier wer gemacht wo ist pantoffels nachricht da da sehr schön das machen wir ja jetzt auch und herr trips hat immer crusader kings 3 gestreamt ah ok doppel raid ja ich merk schon wir haben auch gemurmelt erst mal doppelt gemurmelt hier ah guck mal lottdienchen hat auch gemurmelt oh sandro hat mir ein sub geschenkt ich hoffe euch geht's gut ich hoffe ihr hattet einen schönen tag und einen schönen stream das ist ja lieb einfach so und ja herzlich willkommen so da gibt es einmal unser herz und dann gucken wir uns mal hier die tweenie tricks sachen an und dann geht's gleich ins bettchen irgendwann und wenn du möchtest könnt ihr gerne mitmurmeln indem ihr außenverzeichen gleich in den chat schreibt wie viele wie viele emotes hat die was ist das ein schlüpfer ja hallo bubble lutz ein schlüppi ein schlüppi emote aber ein sehr glücklicher zufriedener schlüppi pull house mhm herzchen schlüppi hallo viele ah ne pinke flabberkugel die will ich kann das da mal weg gehen wir hatten einen schönen stream nachdem wir zwischendurch unterbrechen mussten weil wir ne ein internet auswahl hatten noch nein störung vom anbieter sowas ist immer ärgerlich er bedankt sich für mein danke so aber bevor wir hier jetzt wieder ewig rumhängen und ich vergesse dass ich den stream noch an hab liebe leute ihr wisst bescheid bis zum nächsten video vielleicht ja game of play